Herzlich willkommen bei CINI macht Auge, etwas geändertes Setup. Ich sitze hier nicht alleine, das ist Simon, ich bin CINI und wir schauen uns gemeinsam ein Video an von Dr. Hegedüß. Wir alle eint uns eine Sache, wir sind alle Mitglieder bei der GWUP und es geht mehr oder weniger immer noch um die Geschichte mit Varnan, der ja bei Jasmin Kozubek zu Gast war und da ging ja eine große Diskussion drum. Darum kann man zu einer Dame wie Jasmin Kozubek eigentlich hingehen, einfach so mit ihrem lockeren Plausch halten, wenn man denn weiß, wen sie sonst noch so alles einlädt. Ich hatte dazu ein Video gemacht, ich hatte da erzählt, ich hatte auch schon eine Einladung von ihr, ich bin nicht hingegangen. Das war aber einfach eine ganz persönliche Entscheidung von mir. Ich habe einfach gesagt, für mich passt das nicht. Gleichzeitig gehe ich aber den Schritt, dass ich sage, ich werde es niemandem zum Vorwurf machen, wenn er das anders entscheidet. Ich kann sagen, ich finde die Entscheidung nicht gut, aber wenn jemand gute Gründe dafür hat, es trotzdem zu tun, dann würde ich niemals hingehen und sagen, jetzt bist du nicht mehr mein Freund. Und Varnan hatte also meines Erachtens auf jeden Fall gute Gründe genannt, also auch hier zur Vorgeschichte. Es gab ja zwei Gespräche über die Thematik schon auf dem GWUP-Kanal auch. Also einmal, dass Sebastiani und Nikhil über Varnan gesprochen haben. Kann man jetzt finden, wie man will. Aber eben danach hat das Gespräch ja gefolgt von Nikhil mit Varnan auch nochmal zu dieser Thematik. Und da wurde eigentlich auch alles gesagt, finde ich. Ja, also am Ende, ich finde ja eh, dass das Schönste ist eigentlich als Fazit, du packst die ganzen Informationen auf den Tisch und überlässt dann mit, ich weiß, ganz ohne Framing geht es nicht, aber mit möglichst wenig Framing und wenig vor allem so moralischer Erpressung. So, du kannst das jetzt sehen, wie du willst, ne? Aber überleg, wie du entscheidest. Das ist ja keine freie Entscheidung. Du sagst, du musst dann halt schon sagen, ja, also hier sind die Fakten oder hier sind die Informationen, die du hast. Und jetzt entscheide halt selbst. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was Dr. Hegelüß dazu sagt. Zuschauer, die letzten Videos, in denen ich mich mit den Falschbehauptungen von Patrick Strohbach auseinandergesetzt habe, haben mich ganz schön mitgenommen. Deshalb brauche ich jetzt mal eine kurze Abwechslung. Ich habe mein Arztgitter abgelegt. Das Setting ein kleines bisschen verändert, denn heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mich schon lange beschäftigt, aber eigentlich nichts mit ärztlichen Kompetenzen zu tun hat. Passenderweise gibt es gerade ein aktuelles Drama rund um die GWOP, das ich wunderbar mit meinem Thema verknüpfe. Hey, da bin ich. Okay, also finde ich auf jeden Fall interessant. Also hättest du gemerkt, dass das dein Setup geändert hat? Er hat es ja gesagt, aber ich frage, weil ich glaube, manchmal ist das so, dass Content-Creator machen sich mal ganz viel Gedanken. Habe ich es heute gemerkt, dass man ein bisschen Zeit investieren kann. Ich weiß nicht, anderthalb Stunden hier alles eingerichtet, Lampe verschoben, Licht, okay. Und am Ende ist es wahrscheinlich, ja, ich sage mal, ich mache mir die, ich bilde mir ein, es wirkt subtil. Ja, das ist ungewollt. Nein, es ist eigentlich kein Drama, sondern eine erfrischend vernünftige Diskussion über ein schweres Thema, zu dem ich auch meinen Beitrag leisten möchte. Ich bekomme nämlich ständig Kommentare wie dieser. Moment. Ich bin Post-Bug-Patient, also der hat sich impfen lassen. Ihr seht das nicht, ich lese es mal vor. Ich bin Post-Bug-Patient, was mich hier als Betroffener verstört. Warum sprechen Sie nicht vorab mit Herrn Hartner, anstatt ihn öffentlich zu diffamieren? Also eigentlich, ich gebe Hirn, Reis recht, wie wäre es denn mit einem Gespräch? Und also genau, also Menschen wünschen sich, das habe ich auch schon ganz häufig erlebt, Menschen wünschen sich genau, wenn sie zum Beispiel auch mehrere Content-Creator folgen. Ich nenne sie jetzt einfach mal alle Content-Creator, ja. Also egal, ob jetzt während der Corona-Zeit, ob das jetzt irgendwelche Ärzte, YouTuber, ist egal, wenn die Meinungen haben, die eigentlich nicht unter einen Hut zu bringen sind, dann hat man so dieses Bedürfnis, ja, jetzt habe ich mir beides angehört, ich würde ja gern mal sehen, was passiert, wenn die beiden miteinander reden. Das kann man aber schon nachvollziehen, oder? Ja, klar. Ja, natürlich. Ich habe damals ja auch, als man mir dann gesagt hätte, warum redest du nicht mal mit, warum redest du nicht mal mit, ich habe bei vielen gesagt, nee, ganz ehrlich, das ist mir zu wirr, so. Und bei einem, das ist, glaube ich, bekannt. Gunnar Kaiser. Gunnar Kaiser habe ich gesagt, nee, der, selbst wenn ich seine Positionen nicht teile, er war immer ruhig, der hat nicht geschrien, der hat nicht irgendwie, weiß ich nicht, wütend so, ist er da durch die Videos gepacet, da dachte ich so, der scheint mir jemand, mit dem kann man mal reden, so, war ja auch so. Fand ich so in der Retrospektive auch stark, also als du das damals gemacht hast, habe ich ja auch eben viel von deinem Content irgendwie reingezogen, während Corona so, und ich war da auch eher so ein bisschen drauf, ich weiß nicht, ob man mit so einem Schwurbler irgendwie reden müsste, so, sehe ich jetzt mittlerweile auch definitiv anders, aber ja, also im Prinzip die Thematik eben, also hätte man auch mal irgendwann hinter sich lassen können. Also ich finde, vielleicht war es ein bisschen legitim, während Corona das halt irgendwie enger zu sehen. Ja, also das ist ja immer die, das ist ja den Text, den habe ich auch schon öfter gemacht, dass ich gesagt habe, also Corona war für mich Ausnahmesituation und in Ausnahmesituationen musst du manchmal schnellere Entscheidungen treffen, die können rückblickend auch sich als falsch erweisen. Klar, selbstverständlich. Sind ja teilweise ja jetzt auch schon herausgekommen, dass da natürlich nicht alles richtig entschieden wurde, aber das ist nun mal so in Krisensituationen, nur die Frage ist halt, irgendwann muss Krisensituationen ja auch mal wieder aufhören, ne? Witzig, dass ich das sage, bei einem Wort, was immer so kursiert, Dauerkrise, weil, interessant jetzt, ich finde es auch gerade witzig, weil, also jetzt muss ich wieder aufpassen, in dem Land, in dem wir uns befinden, ich formuliere es mal allgemein, es ist ja auch kein Geheimnis, dass Länder, die etwas strikter regiert werden, dass die sich gerne mal in einen Dauerausnahmezustand versetzen. Ich glaube, dass das in dem Land, in dem wir gerade sind, auch der Fall ist, ich bin mir gar nicht sicher. Stellenweise? Ne, man ruft das wirklich so aus, warum? Weil man dann einfacher regieren kann, weil du dann natürlich Sachen nicht mehr, du kannst die dann einfach sozusagen, kannst du durchregieren, weil du sagst, ja, ist Ausnahmezustand. Und das war ja so ein bisschen die Corona-Problematik. Ausnahmezustand und dann, ja, jetzt werden schnelle Entscheidungen getroffen, ob das alles richtig oder gut war und so, das entscheiden die Gerichte dann später. Dann haben natürlich manche gesagt, ja, aber dann ist doch zu spät. Ja, ja, das stimmt auch. Aber manchmal hast du, und wenn du natürlich dann einfach sagst, ja, ist jetzt einfach immer Dauerkrise, dann muss man sagen, ja, dann wäre aber tatsächlich das Konzept Demokratie gescheitert. Weil Demokratie kannst du ja nicht sagen, ja, wir haben eigentlich Demokratie, aber wir haben jetzt halt Dauerkrise. Ja, naja, klar. Ja, doof halt, ne? Habt auch, ja, Sonderparagraphen so. Ja. Ja, wir gucken mal, also, ne, das wurde dann gefordert und ich kann diese, diese Wünsche kann man sich ja durchaus, kann man durchaus verstehen. ... sind die Neuesten innerhalb einer Woche. Besonders während der Corona-Zeit häuften sich solche Anfragen. Du solltest lieber mit XY reden, der würde dich gerne in seinen Podcast einladen oder ein anderer Kanal, zum Beispiel der von mir mit Schulnode 6 bewertete Kanal, Theken-Gespräche. Der von mir mit Schulnode 6 bewertete Theken-Gespräche mit Thomas Lee, okay, den findet er nicht gut, alles klar. Kenn den nicht. Kennst du den Kanal? Nee, aber ich denke mal, wird wahrscheinlich irgendwie einen medizinischen Hintergrund haben und halt Scheiße erzählen, so. So, abgewarcht. Das ist aber auch wirklich die Kompetenz von Hegel. Ich meine, der ist ja nun mal Mediziner und, ja, hat auch wirklich sehr viel gute Aufklärung da schon geleistet, also. Das ist witzig, ne? Man merkt schon, es funktioniert dieses, also wir kennen den Kanal überhaupt nicht, aber wenn Hegelüß uns sagt, der ist es nicht. Also wenn er so strikte Worte, also der ist ja schon eigentlich ein fairer Typ, sage ich mal, aber eben bei Geschwurbel innerhalb der Medizin, da kennt er kein Pardon. Nee, da kann sich auch was rausnehmen, denke ich mal. Okay. Ich finde ja immer nur interessant, ich sage ja, Menschen sind ja auch so, es funktioniert ja auch und ist ja auch richtig. Ab einer gewissen Entscheidung, weißt du, wenn du da, weiß ich nicht, du willst jetzt irgendwie mit einem Flugzeug fliegen und dann sagt der eine, ja, ich bin Pilot, ich habe irgendwie sechs Jahre Ausbildung hinter mir und der andere sagt, ja, ich habe auch schon mal an der Konsole an so einen TIE Fighter geflogen, so. Dann sagst du ja auch nicht. Du bist es. Geiler Typ, du siehst irgendwie cooler, aber jetzt komm, du fliegst die Kiste. Sprecher will mit dir diskutieren. Ich könnte unzählige solche Einladungen aufzählen, die ich in den letzten Jahren bekommen habe und jetzt frage ich euch, in wie vielen Videos oder Podcasts habt ihr mich außerhalb dieses Kanals gesehen? Es gab ein paar Gastauftritte und bald kommen noch weitere dazu. Trotzdem bleibe ich meistens lieber hier auf meinem Kanal und hier in meiner Bude und das hat gute Gründe. Ich glaube nämlich nicht, dass man Menschen, die durch Lügen oder Verschwörungstheorien groß geworden sind, einen Gefallen tun sollte, indem man ihnen durch ein Gespräch eine gewisse Legitimität verleiht. Warum ich das denke, werde ich in diesem Video noch genauer erklären. Okay, wir wissen ja jetzt schon ungefähr, also du hast sie ja eh schon gesehen, aber ich verstehe jetzt so langsam, worauf man natürlich hinaus will. Das ist ja jetzt die Geschichte eben genau bei Warnern geht zu Jasmin Kuzubek und legitimiert er durch seinen Besuch sie, aber ist sie denn jetzt schon mal mit sehr krassen Aussagen aufgefallen oder war das immer nur nächste Instanz? Das zieht sich da jetzt auch meiner Kenntnis, aber es sind natürlich viele, ein bisschen schwierige Leute, weil ihr halt schon gesessen. Aber die Frage nach, also legitimiere ich jetzt Verschwörungstheoretiker nur, weil ich mit denen rede? Das ist doch Quatsch. Also es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie ich mit einem Verschwörungstheoretiker reden würde. Allein, genau, zum Beispiel legitimiere ich ihn damit, nee, aber auch generell, also wenn ich sage, oh ja, Bruder, du hast voll recht hier, 9-11, ja man, klar, das ist doch Quatsch, also. Ja, also es ist echt, es ist so eine interessante Frage, weil ich verstehe, was er meint und ich mache echt viel Pause, merke ich gerade, aber wenn ich das mal weiterdenke, wie wäre denn für jemanden, der dann zum Beispiel den anderen Content guckt, wie wäre denn jemals für den ein Weg dort wieder raus möglich? Also wie findet der denn in diesem Level, in diesem Game, wie findet der den Ausgang, wenn alle sich dann entscheiden, die das anders sehen oder die sagen, mit denen reden wir nicht mehr? Also wie funktioniert das dann? Das ist ja die Self-Fulfilling-Prophecy dann am Ende wiederum. Aber genau den Tag hat ja Warnan gebracht, also es kann ja sein, dass irgendjemand bei der Kosebeck reinschaut und eigentlich generell auch diese ganzen problematischen Menschen irgendwie interessant findet und cool findet und dann hockt da so ein Warnan und auf einmal fühlst du dich halt abgeholt. Vielleicht ist das ja dann das Ticket raus aus dem Quatsch. Genau und jetzt können wir natürlich anders sagen, es gibt natürlich auch ein Ticket rein, Warnan, jemand sagt, Warnan, den fand ich ganz cool, der ist bei der Kosebeck, dann gucke ich mal, was ist denn da noch? Und auf einmal sitzt da jemand und sagt, was? Das wusste ich ja noch gar nicht mit dieser flachen Erde oder so. Ja, aber dann komme ich wieder an diesen Punkt, wo ich sage, müssen wir Menschen vor Informationen schützen und das fühlt mich in so ein, wer bin ich, dass ich das entscheiden kann? Weil da müsste ich ja ein sehr paternalistisches Weltbild haben, dass ich sage, nein, nein, ich weiß das ein bisschen besser als du, da ist nichts mit denen nicht, guck mal hier. So, warte mal, ich habe dir das auch schon mal ein bisschen vorgekaut. Ja, ich vertreibe, aber... Ja, das ist leicht. Dieser Gedanke mag jedoch etwas arrogant sein, vielleicht sogar extrem und vielleicht ist es genau diese Haltung, die letzten Endes zur gesellschaftlichen Spaltung beiträgt. Lege ich mit meiner Philosophie falsch, hätte ich vielleicht doch mehr Live-Gespräche und Podiumdiskussionen führen sollen? Die aktuelle Diskussion über Warnans Gastauftritt bei Frau Kursubeck bietet die perfekte Gelegenheit, einige dieser Fragen zu überdenken. Es geht um folgendes. Warnan, den ich einfach Warnan nennen möchte, und du kannst mich lieber Warnan einfach Janusz nennen, da wir beide mit unserem Namen dieselbe Herausforderung haben, ist ein junger, sehr engagierter Neuropsychologe, der neben seinem Studium einen erfolgreichen YouTube-Kanal betreibt. Seine Videos sind hochaktuell und behandeln gesellschaftlich... Warnan gewinnt das Battle mit dem unaussprechlichen Namen auf jeden Fall. Sorry. Für mich hat der auch nur einen Vornamen. Ja, das ist auch besser so für uns auf jeden Fall. Sorry, Warnan, aber... Sorry, Warnan, also das hinten raus, das kapituliere ich. Das ist auch... Sorry. Sorry, Bro. Relevante Themen, die natürlich sehr umstritten sind. Gendersprache, Patriarchat, Transsexualität und sogar Rassismus werden bei ihm aus einer anderen Perspektive beleuchtet, als es in den letzten Jahren üblich geworden ist. Das braucht viel Mut. Warnan wurde dafür natürlich von der sogenannten Woken-Community massiv angefeindet. Den Höhepunkt bildete sein Buch, Gefangen in der Opferrolle, warum Wokeness scheitert. Ich habe es mir schon besorgt, aber noch nicht gelesen, weil ich momentan noch mit diesem Buch beschäftigt bin, aber dazu später mehr. Ich habe Warnan dieses Jahr live auf der Skepcon erlebt, wo er einen sehr guten Vortrag über Diskriminierung gehalten hat und dieser müsste mittlerweile auch online sein. Ich werde euch das suchen und hier irgendwo verlinken. Und Warnan ist dieses Jahr in den Augen von einigen Menschen quasi das Aushängeschild der GWUB geworden. Vielleicht ist das aber auch, ich weiß, wir werden das nicht verhindern können in der Welt, aber vielleicht ist das irgendwie auch so ein klein bisschen so ein Fehler, dass wir immer noch dieses, ich mag Personenkult einfach nicht. Ich finde, das macht mich ja im Grunde auch zu so einem Oldschool-Linken. Ich mag diese Hierarchien nicht. Ich verstehe natürlich, dass manche mehr Ahnung haben als andere in bestimmten Bereichen, Themen. Ja, es gibt Experten, natürlich. Oder Menschen, die mehr Ahnung haben als andere in bestimmten Bereichen. Das ist klar. Aber warum Aushängeschild jetzt für, ich finde, dann hast du das Werbegesicht. Ich weiß, so funktioniert das, aber irgendwie frustriert mich das, weil ich mir dann immer denke. Das Problem ist, glaube ich, da ist halt, dass das quasi der erste Versuch ist und Warnern quasi das Versuchskaninchen ist. Also die wollen ja natürlich immer so ein bisschen eben werben, auch mit ihren Mitgliedern und solche Aktionen halt eben, dass du, das war jetzt ja da so, dass du dieses Buch bekommen hast, wenn du bis, ich glaube, eben, ich glaube, bis 31. August einschließlich Mitglied geworden bist. Das ist halt ein Testversuch, also ein Testballon gewesen im Prinzip, ob das zieht, ob das halt mehr Mitglieder, glaube ich, bringt. Also es war auf jeden Fall das erste Mal, dass die GWP sowas gemacht hat. Ja, ja, ja. Aber so wie er es gerade darstellt, war es ja dann so, er ist jetzt das Werbegesicht und so. Ja, war er halt bis 31.8. Und jetzt gibt es ein anderes Buch. Ich glaube, jetzt gibt es das Buch von Niki oder so. Ah, okay. Glaube ich. Das könnte doch Fake News sein. Aber es ist ja fortlaufend, also das wird nicht das erste Mal gewesen sein, deswegen ist Warnern jetzt nicht das Aushängeschild oder nicht das Gesicht der GWP, das ist Quatsch. Wobei das so nicht stimmt. Er spricht nur für sich selbst und nicht. Das ist geil, sag jetzt. Mann, jetzt hat er mich voll hier so auflaufen lassen. Jetzt sagt er einfach, ja, wobei das so nicht stimmt. Ja, genau. Okay, wir werden mal weiter. Für die GWP. Okay, genauso wie ich auch nicht für die GWP speichere. Neue Mitglieder, die bei der Anmeldung Warnern als Referenz angegeben haben, haben sogar sein Buch kostenlos erhalten. Ich übrigens nicht, ich habe dafür 20 Euro bezahlt. Das war nur so einander. Das ist doch nett von dir. Aber das ist ja auch ein Arzt. Nee, verdienst ja genug. Verdienst ja genug. Weiter zur Vorgeschichte. Warnern war vor ein paar Wochen mit seinem Buch zu... Die Shorts sind ja geil, die hier vorgeschlagen werden. Okay. Ist ja geil, ich lasse mich schon wieder ablenken. Scheiße. So, weiter. Also, er war dort. Ein bisschen Importer, oder was? Sorry. Komm, wir haben alle dieselbe Probleme. Ich bin voll... Ich lasse mich super schnell ablenken. Ganz schlimm. Gast auf dem Kanal von Yasmin Kozubek. Solltet ihr die Dame nicht kennen, sie arbeitete von 2014 bis 2021 beim russischen Propagandasender RT.de. Ob man das gut findet, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es nicht gut. Und noch weniger gefallen mir die Gäste, die auf ihrem Kanal bisher zu Wort gekommen sind. Man muss nicht weit scrollen, um bekannte Gesichter zu sehen. Der Gebüschmann, Stefan Homburg, Marc Friedrich, Raphael Bonnelli und Michael Ballweg sind... Das sind ja auch schon, Eddie, who is who, der... Ja, klar, natürlich. So, und ja, jetzt können wir ja mal philosophieren. Also, sie lädt die ein und jetzt könnte man wohlwollend interpretiert, könnte man sagen, sie hat halt keine Berührungsängste und sagt, sollen sie halt reden. Auf der anderen Seite, und das sage ich, also da merkt man vielleicht mal auch, wie innerlich zerrissen ich da auch bin, wenn du irgendwie zehn Gäste hast und du denkst, bei sechs Leuten einfach nur so, ach nee, ne, dann irgendwann färbt schon was ab. Das Problem ist ja, diese ganzen speziellen Persönlichkeiten kommen ja zu ihr in die Sendung, weil sie halt überhaupt nicht widerspricht. Also, das ist ja so, ich verfolge sie auch gar nicht, aber in diesem, ich glaube, das war das Gespräch zwischen Sebastiani und Nikhil, also André, Sebastiani und Nikhil, da haben die halt Ausschnitte gezeigt, wie Paul Brandenburg da zu Gast war und es war... Ja, es war unerträglich. Es war wirklich schrecklich einfach und eben, also sie widerspricht da halt nie. Also, ach ja, interessant, ach so, okay, also Lauterbach will tatsächlich irgendwie uns alle totspritzen, ah ja, okay, das ist ja interessant, ah ja, okay, echt wirklich. Jetzt sage ich es natürlich gerade live on air und auch auf Video, aber wäre eigentlich voll witzig, ich hätte auch mal jetzt ja sagen sollen und dann so als Experiment, ich gehe hin und werde immer krasser innerhalb des Einstundengesprächs, hau immer bescheuert, einfach nur um zu gucken, ob es irgendwo einen Punkt gibt, wobei, ich hatte das in meinem Video, sie hatte ein Gespräch mit dieser von Turn und Taxis-Older, die Gloria, die ja auch ein bisschen schwubbeli-dubbeli unterwegs ist und da gab es diese eine Szene, wo sie über den Klimawandel spricht und dann ist einfach so ein ganz schlechter Cut, also sie sagt einen Satz, dann kommt so der Cut, die Hände sind anders, der Satz ergibt keinen Sinn mehr, da wird irgendwas rausgeschnitten und ich denke mir so, zu hart darfst du es auch nicht schreiben, aber dann, aber dann finde ich, also du machst ein einstündiges Gespräch, wo richtig viel Quatsch geerzählt wird und ohne zu widersprechen, aber dann schneidest du kommentarlos einfach was raus, das ist, finde ich, sehr sass, würde man heutzutage sagen, also das finde ich dann irgendwie, nee, also komm, dann lass das jetzt auch drin. Alle Gäste, aber ganz ehrlich, der Gebüschmann alleine reicht mir, um jeglichen Kontakt mit diesem Kanal zu meiden. Was ist der Gebüschmann? Ich weiß nicht. Heißt der so, oder? Keine Ahnung. Aber was er gerade gesagt hat, war natürlich jetzt Kontaktschuld at its best. Ja, natürlich. Dieser eine Gast reicht für mich aus, dass ich alles auf diesem Kanal meide. Ja. Also ich würde, ich würde soweit nicht gehen, weil das, das ist für mich, das ist genau der Punkt, wo ich sage, so darf, so darf Kontaktschuld eigentlich nicht sein, ne? Du hast einmal mit dem falschen Gehen. Ich würde eher gehen, sodass ich dann sage, es muss eine Häufung stattfinden und du würdest dann irgendwann sagen, okay, weißt du was, ich glaube, der Kanal ist nichts für mich. Wenn von zehn Gästen einer wahrnahm ist und neun sind irgendwie, wo du echt bei jedem zweiten Satz vielleicht denkst, ich war jetzt als Beispiel, ich weiß nicht, ob das bei ihr so ist, ich gucke ihren Kanal nicht. Aber wenn das dann so wäre, dann würde ich einfach irgendwann sagen, ja gut, der Kanal ist nichts für mich. Naja, das Problem ist halt, dass er da nicht spezifiziert, dass es halt darum geht, wie sie mit den Menschen redet. Also ansonsten nach dem Argument, ja, da saß halt mal der, da saß mal der, ja, dann bitte nie wieder Thilo Jung gucken. Da saß schon Beatrix von Storch, ja, aber ich meine, der ordnet die halt kritisch ein. Das ist ja dann der springende Punkt, das ist ja der Unterschied. Das ist wichtig, ja. Also das ist immer dieser Punkt, den könnte er schon dazu sagen, dass es eigentlich egal ist, wer da sitzt, sondern was sie mit diesem Menschen veranstaltet. Also sie könnte die ja auch alle auflaufen lassen und die Banken, dann hätte er überhaupt kein Problem mit. Dann wäre das super, die würden dann halt auch nicht kommen natürlich. Ja, 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 nee, das ist wichtig, dass du das sagst, das stimmt natürlich. Also das Wie gibt man einfach nur die Plattform und sagt sozusagen so Handshake, Win-Win, ich kriege voll Reichweite, du kannst hier deinen Mist rausprabbeln oder ist es wirklich ein journalistisches Konstrukt und du hakst auch mal nach und gibst auch mal wieder Worte. Sie werden auf diesem Kanal nicht besonders kritisch hinterfragt, sie dürfen ihre wirren Gedanken und offensichtlichen Lügen mehr oder weniger frei verbreiten. In der Fachsprache nennt man solche Interviews Softball-Interviews. Okay, ja. Ja, ja, das ist genau das, ja, okay, also wir scheiße müssen wir immer wieder sprechen, dann drücken wir Pause und dann gibt er uns das. Doch mal zehn Sekunden länger die Fresse halten. Ja, also wir, ja, es tut mir leid, wir sind echt scheiße, wir hören mal weiter, wir sind jetzt ganz still und hören mal zu, verdammt. Und genau deshalb würde ich eine Einladung von Frau Kosubeck sofort ablehnen. Und ja, das wäre... Er könnte ja auch einfach dann eine Stunde lang über jeden Gast abledern. Richtig. Und sagen, da im Übrigen Video, alles falsch erzählt, da, 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 alles falsch erzählt. Du hattest den zu Gast, hast da nicht widersprochen, war komplett falsch. Wäre aber ein geiler Take. Ist voll die Arbeit, will ich mir nicht machen. Aber das ist eigentlich auch ein Quatschargument. Also er würde nicht als Gast zu ihr hingehen, sie würde ihn auch niemals einladen, weil er ja überhaupt gar keine für sie interessanten Punkte macht. Also bei Warnern ist es ja dieses... Also Warnern plädiert ja auch dazu, dass es halt eben eine vernünftige Vogue-Kritik gibt, die er dann auch vertritt und damit ja im Prinzip auch sich den ganzen rechten Anti-Vogue-Menschen halt irgendwie entgegenstellt. Man kann schon Vogue-Niss kritisieren und das auch vernünftig. Man muss sich wie immer halt ein bisschen mehr Mühe geben. Richtig. Einfach nur draufhauen, ist halt dämlich. Ja, jetzt haben wir zehn Sekunden. Vermutlich in den Augen von manchen Leuten, Canceln wegen Kontaktschuld. Aber das sehe ich nicht so und ich möchte euch genau erklären, warum. Warnern hat anders gehandelt, als ich das getan hätte. Er hat mit Frau Kosubek gesprochen auf ihrem Kanal. Dafür wurde er auch von Mitgliedern der GWOP kritisiert und es folgten mehrere Videos, in denen sich der Vorstand und auch Warnern dazu äußerten. Und wir machen etwas Außergewöhnliches, weil wir unterhalten uns als GWOP-Mitglieder über ein drittes GWOP-Mitglied. Warum hast du mit Jasmin Kosubek gesprochen auf ihrem Kanal? Das ist auch geil zusammengeschnitten. Das ist auch wie so diese Musik da drunter. Damals. Hier haben wir noch ein paar geheime Dokumente. So versteckte Kamera und Backstage. Warnern, das Gespräch geht gleich los. Ja, okay. Zwei Menschen unterhalten sich. Im Gespräch mit Nikhil, der übrigens auch einen komplizierten Nachnamen hat, wie irgendwie alle Männer in diesem Video. Auch nicht so kompliziert wie der von Warnern, ob das geht. Mukherji. Ja. Wie heißt er mit Nachnamen? Hegedüsch. Hegedüsch, glaube ich. Also ich glaube, man spricht sowas. Und Vorname Doktor. Doktor, ja. Doktor. Doktor Hegedüsch. Keine Ahnung, woran das liegen könnte. Also Nikhil sagte Warnern folgendes. Wieso ich überhaupt dort gesprochen habe, hat einfach einen ganz einfachen Grund. Und zwar hat... Ich wollte Bücher verkaufen. Achso, hoch. Mein Verlag, also von dem Buch, wo ich gerade geschrieben habe, hat allen möglichen Leuten halt eine Anfrage gestellt. Und Jasmin war halt die einzige Antwort. Also wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, wäre ich auch woanders gegangen. Aber von allen Anfragen war sie die einzige Antwort. Und deswegen war das erstmal sie, wo ich hingegangen bin. Ich finde, das ist ein interessanter Punkt. Weil ich abstrahiere das jetzt mal ein bisschen. Im Konkreten muss man das immer genau schauen. Aber was machst du eigentlich, wenn du jetzt wie Warnern, du beschäftigst dich mit einem Thema, machst das gewissenhaft, du machst das, versuchst wirklich wissenschaftlich korrekt zu arbeiten. Und bist der Meinung, ich habe hier etwas erkannt. Ich stelle eine These auf. Seine These ist ja Gefangenen in der Opferrolle sozusagen. Und ich mache das und ich sage, wir haben hier ein gesellschaftliches Problem. Und ich stelle das zur Debatte. Und jetzt passiert Folgendes. Alle Medien, die als seriös gelten, das kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, was das ist, geben die eine Abfuhr. Also melden sich nicht und sagen, nee, das ist kein Thema für uns. Und dann kriegst du als einzige Möglichkeit, jetzt wie ein Kursubrick genannt. Und wenn du jetzt sagst, dann musst du ja aber trotzdem Nein sagen. Dann finde ich das eine strange, also finde ich das eine merkwürdige Aufforderung. Weil du verlangst dann von jemandem, der wirklich offen für den Dialog ist. Der nicht einfach nur sagt so, ey, hier, ich sage euch mal, gerade ist es kurz vor zwölf und alles brennt gleich und Panik, Panik. Sondern du sagst, ich habe was untersucht und ich bin der Meinung. Es ist so. Und wenn dann niemand mit dir irgendwie dir darüber redet oder dir keine Reichweite für dieses Thema geben will. Und nur eine Person macht das. Und die gilt aber als problematisch. Und du sagst dann so, ja, aber darfst du trotzdem nicht machen. Finde ich irgendwie auch komisch. Ja, das ist halt auch eigentlich genau der Take aus deiner letzten Sendung. Mit den alternativen Medien, die dann daraus quasi entstehen. Wenn du das zu oft machst, wenn du das zu krass machst, dann entsteht irgendwann die Nachfrage. Die entsteht. Und dann entstehen neue Medien. Und dann entsteht der YouTube-Kanal, der dann sagt, ja, warum werden die denn nicht? Und das ist dieses Dilemma zwischen, gibst du jetzt jedem Schwachsinn eine Bühne? Nein. Aber du darfst auch nicht zu empfindlich sein und alles vorher wegbügeln. Ja, ich meine, also im Prinzip ist es ja auch so, dass halt, also man könnte ja auch sagen, ey, jetzt hat er halt die Kruse weg. Einmal halt auch einen vernünftigen Inhalt auf ihrem Kanal. Also im Prinzip. Ja, das ist so, kann man es aussehen. Wie gesagt, also man muss das wirklich in vielen Dimensionen irgendwie mal durchdenken und merkt dann, es ist nicht alles so einfach. Wer da irgendwie jetzt schon wieder die einfache Lösung sofort parat hat. Deswegen, also die Lösung im Übrigen ist lustigerweise das, was wir gerade machen. Dass André Sebastiani und Nikhil darüber gesprochen haben, dass sie danach mit anderen gesprochen haben. Das wirkt für manche irgendwie ein bisschen Panne, dass man so viel redet. Aber das ist die einzige Lösung, die wir haben. Wir müssen darüber reden. Wir müssen in alle Richtungen uns Gedanken machen. Und am Ende, das ist wie so eine wabelnde Masse, geht es sozusagen in eine richtige Richtung, weil alle Informationen gehört wurden. Aber viele sind da jetzt nicht so begeistert von, weil sie natürlich am liebsten die schnelle Antwort haben wollen. Aber die ist heutzutage, wird die mal schwieriger, die kriegst du nicht. Er hat natürlich noch viel mehr gesagt, aber ich versuche, seine Argumente kurz zusammenzufassen. Warnan hält es für wichtig, auch auf kontroversen Plattformen aufzutreten, um Menschen zu erreichen, die sonst von wissenschaftlichen Argumenten abgeschottet sind. Er will also genau das tun, was ich auch mache. Aufklärung. Er möchte die Aufklärung dorthin bringen, wo sie seiner Meinung nach am dringendsten gebraucht wird. Und das klingt erstmal logisch und gut. Die letztlichen Gedanken möchte ich anhand Sinans Reaktionsvideo auf das Thema aufgreifen, da ich denke, dass wir so die besten Argumente zusammentragen können. Es ist ein bisschen kompliziert. Wir beenden das Video an dieser Stelle. Der Typ hier kommt mir nie wieder in die Sendung. Was ist denn? Was ist denn Unmensch? Ja, also wirklich. Der hat meinen Namen gerade absichtlich falsch ausgesprochen. Absichtlich. Absichtlich. Es ist halt auch sehr, sehr einfach. Im Grunde ist es Fake News. Von Anfang an spricht man deinen Namen auch richtig aus. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, das also auch wirklich nur einmal nicht mit scharfen S auszusprechen. Vollkommen absurd. Cancel. So ein Stempelkick. Nein, okay. Also, jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst, Mann. Kompliziert, aber ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Bereits auf dem Titelwelt sehe ich nämlich etwas, womit ich nicht einverstanden bin. Hier steht, darf er das? Ich finde diese Frage falsch. Natürlich darf er das. Wir leben in einem freien Land. Jeder darf mit jedem reden. Das sollte gar nicht die Frage sein. Die Frage sollte meiner Meinung nach lauten. Ja, ja, gut. Also, das Thumbnail ist ja eben die Frage, die sich alle stellen. Ja. Die eigentlich, diese Panne eigentlich am Ende das ist, was am Ende rauskommt. Ja, darf, also natürlich so witzig gemeint. Das ist ja auch einfach polemisch irgendwie. Ein bisschen Clickbait hier auch. Natürlich. Ich meine, das ist ja klar. Darf er das? Ja, natürlich darf er das. Offensichtlich durfte er das. Offensichtlich darf Kosebeck einen ganzen Kanal mit schwarzenen Leuten haben. Auch das, ja. Boah, anscheinend darf man das. Sollte er das? Und um die weiteren Punkte zu beleuchten. Ja, sollte er das, ist die Frage, die wir dann eben in stundenlangen Diskussionen versuchen rauszufinden, ja. Möchte ich erst mal aus dem Video zitieren. Und jetzt, dann stellt sich die Frage, ist es okay, dort hinzugehen, ja? Okay, also stellt sie dann doch dieselbe Frage wie ich. Sein Titelbild sollte wohl nur anlocken und das ist völlig in Ordnung. Ich weiß zwar noch nicht, was mein Videotitel sein wird, aber ich werde auch irgendein Titelbild machen, was hoffentlich viele Klicks generiert. Kosebeck unter anderem, wenn man hier mal so schaut, interessante Gäste hat, zum Beispiel hier Fürstin Gloria von Ton und Taxis oder hier auch Paul Brandenburg und die in diesen beiden Videos teilweise, naja, ziemlich eindeutig verschwörungstheoretische Ideen verbreitet haben. Naja, Paul Brandenburg ist ein bisschen wie der Gebüschmann auf Koks, oder? Dort, warum hast du mit Jasmin Kosebeck gesprochen auf ihrem Kanal? Er muss halt schon einfach lachen. Warum hast du das getan? Und stellt mir auch jetzt hier wieder, ich hatte das letztens beim KuchenTV und Showyoka Video gesagt, versucht mal, euch immer vorzustellen, ihr würdet irgendwie meinetwegen in der Zeit reisen oder an einen ganz anderen Ort, meinetwegen ein ganz neues Setting und ihr würdet Leuten versuchen wollen, die Situation zu erklären. Und ich finde, immer wenn man dann ganz viel Zeit braucht, um ganz viele Hintergründe zu erklären, dann wird es schon immer ein bisschen absurd. Also man müsste ja jetzt erklären, ja, es gibt einen Verein und der Verein hat sich auf rationales Denken und auf logisches Denken fokussiert und da können Leute Mitglied werden und dann können diese Leute aber auch natürlich eigenständig irgendwas machen. Ist jetzt nicht irgendwie so eine ganz krasse Religionsgemeinschaft, sondern jeder kann natürlich auch frei leben und manche sind so Repräsentanten für diesen Verein oder auch mehr oder weniger und dann gibt es andere Leute und die machen etwas, was man eigentlich nicht so gut findet und wenn dann der mit dem redet, dann stört das manche wieder in dem. Also ihr merkt schon, es fällt schwer, das Problem einem ganz kurz zu erklären. Außer man würde wahrscheinlich es so erklären und das will man ja glaube ich hoffentlich nicht, dass man sagt, ja, der hat mit dem Feind gesprochen. Und da muss ich ja sagen, ja, in meiner Welt gibt es aber nicht sowas wie Feinde. Ich sehe das anders. Ich denke, Warnan durfte... Ich sehe das anders. Okay, ja, es gibt Feinde. Okay, nehme ich immer zu, ja. Gleich kommt raus, ich bin ein naiver Pazifist. Natürlich mit Frau Kosubek sprechen, aber ich glaube weiterhin, dass es keine gute Idee war und meine Meinung basiert auf ganz andere Überlegungen. Ein Gespräch zwischen Warnan und Frau Kosubek hat nämlich drei Teilnehmer. Warnan, Frau Kosubek und die Zuschauer. Und das Gespräch fand an einem bestimmten virtuellen Ort statt. Fangen wir mit dem Ort an, das ist einfacher. Wo hätte dieses Gespräch stattfinden können? Entweder auf Frau Kosubeks Kanal oder anderswo. Warum hat also Warnan ausgerechnet auf ihrem Kanal gesprochen? Es war... Im Moment, andersrum? Hä, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Also das ergibt aus meiner Sicht aber keinen Sinn. Also sie lädt ihn ein. Ja, und er bringt ja die These mit und hat ein Buch geschrieben. Warum sollte er mit... Es ist ihr Format, also ich meine, warum... Ich finde sogar, ich fände es sogar so gesehen problem... Also, Moment, ich komme gleich... Bisschen schwierig. Nein, ich finde es sogar total strange. Also, warum lädst du denn sie zu diesem Thema dann ein? Sie hat auch mit dem Thema gar nichts zu tun. Ja, also... Sie stellt doch die Plattform, also sie interviewt Menschen. Also gehst du zu ihr? Oder übersehe ich jetzt irgendwas? Hä? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich könnte es ja machen. Ich könnte ja Jasmien Kosubek zu mir einladen. Das wäre ja das, was Janosch sagt. Das fände er vielleicht irgendwie... Keine Ahnung. Dann, aber dann müsste ich ja ihr Schaffen zum Thema machen. Dann müsste ich ja sagen, ey, du machst folgendes. Lass uns mal darüber reden. Dann könnte ich sie grillen. Dann könnte ich sagen... Was heißt grillen? Ich könnte sie fragen, warum gehst du nie dazwischen? Wieso hat man manchmal das Gefühl, das ist alles sehr, sehr weich... Könnte ich ja machen. Aber wäre da nicht das Argument, wieso gibst du dieser Person eine Plattform? Ja, das würde dann auch kommen, natürlich. Aber in dem Fall finde ich, bei Wahrnehmung ergibt das ja keinen Sinn. Stell dir vor, ich lade irgendwen ein und dann sage ich, ich möchte dir einfach mal was von meinem Buch erzählen. Und dann sagt die Person, schön, aber warum? Ja, eben. Halt mal dein Maul. Du bist jetzt bei mir, ich rede. Ich habe dich eingeladen. Ich will eigentlich nur... Also draußen sind nur Zuschauer und du bist mein Gast. Aber ich erzähle euch allen jetzt... Also, das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich habe es nicht geregelt. Also mein Verlag, also von dem Buch, wo ich gerade geschrieben habe, hat allen möglichen Leuten halt eine Anfrage gestellt und Jasmin war halt die einzige Antwort. Wannern ist also zu Frau Kusubek gegangen, um ihre Reichweite zu nutzen, um für sein Buch zu werben. Ja, so habe ich das auch verstanden. Also, ob man das... Ob man jede Reichweite mitnimmt, das ist ja eigentlich am Ende die Frage. Also, sollte man da auch mal Nein sagen oder sagen, ne? Und ich habe da auch keine endgültige Antwort zu. Also, wenn ich jetzt sage, ich mache ja auch Musik, ich bringe eine neue Single raus. Und dann sagt irgendwie... Kommt Nios zu mir an und sagt, hey, hast du Bock, dass wir den Song promoten? Sage ich dann Ja oder Nein? Bisschen schwierig. Ja, weißt du, wo ich mir denke, das ist ja mein Song. Mein Song ist ja gut. Ja, klar. So. Sonst hätte ich ihn ja nicht gemacht. Und dann sage ich dann, nee, aus, weiß ich nicht, welchen Gründen auch immer, legitimiere ich dann die Plattform Nios, weil die meinen Song promoten oder... Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen, finde ich, ja... Also, ist auf jeden Fall nicht so einfach zu beantworten. Nee. Es hätte ihm nichts gebracht, sie auf seinen Kanal einzuladen. Und das finde ich völlig in Ordnung. Jeder möchte seine Reichweite vergrößern und Kooperationen bieten dafür eine gute Gelegenheit. Damit kommen wir aber zur Motivation. Warnern wollte also Reichweite. Was wollte aber Frau Kosubek? Warum hat sie ihn eingeladen? Natürlich brauchte sie einen Gast, Kriegs und vielleicht neue Abonnenten. Hätte sie aber auch jemanden eingeladen, der ProVogue argumentiert hätte? Natürlich nicht. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Nee, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Weil, also worauf ich hinaus will, ich habe keine Ahnung von Jasmin Kosubek, aber worauf ich hinaus will, ist, man unterstellt Plattformen mittlerweile ganz häufig, dass sie ja eine Agenda verfolgen. Dass sie sagen, nee, mit denen, die werden immer die einladen, die das erzählen. Und ich kann dir mittlerweile sagen, das musst du gar nicht, weil die Plattformen von sich aus schon so eine Färbung oder eine Wahrnehmung haben, dass das immer eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Geht ein Pro-Woke, ein Pro-Intersektional-argumentativer Mensch, würde der jemals zu Jasmin Kosubek gehen? Wenn der sein Playbook richtig befolgt, natürlich nicht. So, und das meine ich, das meine ich. Wir sind in so einem, das ist für mich ein großes Problem. Und da muss ich, deswegen brauchst du so Medien, die nicht zu eng gestrickt sind. Das ist dieser Meinungskorridor. Dass du, am besten wäre ja im Prinzip, wenn du innerhalb eines Mediums, ist jetzt egal, Spiegel, Tagesschau, Welt, was weiß ich, alles mögliche, Zeit. Und du innerhalb dieses Mediums Meinungen von bis liest. Das wäre viel geiler, als wenn du irgendwie nur so bei der, weiß ich nicht, Taz kriege ich den Meinungskorridor. Bei Cicero kriege ich den Meinungskorridor. Und weißt du, das ist doch doof. Geiler wäre ja, ich kriege dort das abgebildet und auch dort. Ich weiß, das ist Profilschärfung und so weiter. Und ich mache viel wieder Wunschdenken und so. Aber gerade in den Zeiten von YouTube und Co. Und Twitch Stream und ich auch hier mit kleinen Reichweiten und so. Wäre ja geil, wenn das da noch theoretisch möglich wäre. Im Übrigen, das war auch damals, wir hatten ja The Voice of Reason, was ja auch zu Unmut geführt hat. Wir haben so oft hinter den Kulissen, die ganze Zeit immer so überlegt, wen können wir einladen, der mal Bock hat, mit uns zu diskutieren, der nicht unserer Meinung ist. Es hat irgendwie drei Folgen gedauert und dann waren wir ja schon quasi verbrannt. Mit uns wollten die, da denkst du dir doch auch, du willst, also verstehst du, diese selbsterfüllende Prophezeiung irgendwann, also du wirst ja nur noch das wahrgenommen. Du kriegst auch nur noch Anfragen aus der Richtung. Also das ist immer, das verstärkt sich immer weiter. Und wir haben händeringend wirklich hier im Hintergrund so gesagt, ey, wen können wir fragen? Wir haben Anfragen, nie eine Antwort bekommen. Nee, sorry, mit euch nicht und so. Und du dir denkst, ja krass, wie kommen wir denn eigentlich aus der Nummer raus? Beziehungsweise wie können wir denn jetzt zeigen, dass wir gar nicht so eine krasse Meinung irgendwie vertreten wollen, sondern dass wir eigentlich offen. Und frei diskutieren möchten. Ist dann echt schwierig. Also du hast es gesagt, also du gehst davon aus, sie hätte niemals jemanden, der ProVoke ist, eingeladen. Gehe ich stark von aus, natürlich weiß ich es nicht hundertprozentig, aber ich meine, das ist ja schon der rote Faden ein bisschen, dass sie ja schon Menschen mit einer Grenzmeinung im Prinzip halt oder mit einer grenzwertigen Meinung halt einlädt und dann eben, wie er es halt hier nennt, diese Softball-Interview-Taktik halt irgendwie fährt, also die er im Prinzip deren Inhalte propagieren möchte, weil das halt wahrscheinlich auch das ist, was ihr Publikum sehen will. Und da sie dann vielleicht gar nicht das Handwerkszeug dazu hat, auch mal eine kritische Frage zu stellen, was sie wiederum bei jemandem, der halt ProVoke argumentiert machen müsste, es würde, glaube ich, einfach nicht funktionieren am Ende. Deswegen bin ich mir da ziemlich sicher. Ja, auch wenn ich das mir, also ich verfolge sie nicht, ich kenne sie eigentlich auch nur aus dieser Kontroverse, ich kann mich komplett täuschen, natürlich. Ja, ich weiß es ja auch nicht, also ich habe auch nur, ich habe irgendwie ein, zwei Videos geguckt und das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist halt, Gäste können in einem Gespräch sozusagen ihre Erkenntnisse und ihre Thesen unkommentiert, unkritisch mitteilen. So, das ist das, was da passiert. Naja, hören wir weiter. Wenn man ihre Videos durchschaut, sucht man vergeblich nach einem solchen Gast. Es scheint vielmehr so, als passt da jemand, der Wokenes kritisiert, was heutzutage oft als rechts bezeichnet wird, perfekt zu ihrem Kanal. Ja, habe ich ja erklärt, das ist aber auch das Doofe, warum wird Warnan dann nicht auch von anderen eingeladen und ich finde, Warnan hat doch gezeigt, dass er, er ist ruhig, er ist sachlich, er ist, versucht es alles auf wissenschaftlicher Basis zu machen. Und wenn du dagegen halten kannst, dann mach es doch oder kritisiere es. Und dann wäre es eben die Aufgabe von anderen Medien, da auch dann reinzugehen und dann zu sagen, ja, wir müssen ihn einladen, bevor er dann wieder... Wobei, das ist ja auch ein Punkt, glaube ich, war in einem Gespräch von Nikhil mit Warnan. Da war ja dieser Punkt eben, ja, mich hat ja erstmal niemand anders eingeladen und Nikhil hat ihn dann gefragt, wie, aber also, wenn dich jemand eingeladen hätte, dann wärst du nicht hin? Nö, nö, ich wäre trotzdem hin. Also, der wäre trotzdem eben aus seinen Gründen quasi zur Kurse begangen, ist davon überzeugt, dass es das Richtige ist, da hinzugehen. Das muss man schon auch einräumen. Ja, 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 ich versuche, generell versuche ich immer, die Sache sozusagen nicht nur auf das eine, den einen Fall zu beziehen. Also, in dem Fall würde ich dir dann Bericht geben. Ich versuche es nur natürlich generell, diese Problematik zu verstehen. Schon allein beim Anblick der Titelbilder fügt sich Warnan wunderbar in die thematische Ausrichtung ihres Kanals ein. Die Frage ist also, wurde Warnan von Frau Kosubek für ihre Agenda instrumentalisiert? Wenn man den Kanal anschaut, fallen sofort Tendenzen zu Verschwörungserzählungen und Lügen auf. Themen wie die Plandemie. Wer ist denn da? Plötzlich war ich im Widerstand. Die Elite oder der Verfall des Westens sind dort allgegenwärtig und in diesem Kontext habe ich starke Bedenken. Eine andere Frage. Kann Warnan überhaupt instrumentalisiert werden? Er drückt seine Meinung klar und unmissverständlich aus. Leider reicht das meiner Meinung nach nicht aus. Alles kann fehlinterpretiert werden, wenn man es fehlinterpretieren möchte. Und das entscheidet das Publikum. Nun ja, was ist mit dem Publikum? Warnans wichtigstes Argument war, dass er Menschen erreichen wollte, die sonst nie vernünftig über das Thema aufgeklärt werden. Aber wer sind diese Menschen? Ich denke, jeder, der sich für das Thema interessiert, könnte von seinem Buch profitieren. Das ist jedoch nur meine Annahme, die ich vorerst wohlwollend übernommen habe, bevor ich das Buch selbst gelesen habe. Allerdings würde er mit dem Titel und der Gestaltung des Buches vor allem Menschen ansprechen, die bereits Gegenwuchs sind oder die sich für das Thema interessieren und noch keine gefestigte Meinung haben. Ja, ich verstehe, was er meint. Nur dann frage ich mich jetzt wieder, wie macht man es denn dann? Also, wen möchte man erreichen? Weil ich bin ja auch der Meinung, wenn du einfach immer nur irgendwie die Bereitskritiker abholst und dann wir alle nochmal so einstimmen, die sind so doof, die liegen so falsch. Ja, das können wir jetzt noch 100 Jahre weitermachen. Das ist ja auch bei Sien als Woche so, dass ich mir ganz oft die Frage stelle, ich will nicht undankbar klingen oder wirken. Dass ich regelmäßig so viele Zuschauer habe, finde ich gut. Aber mein Wunsch wäre natürlich, dass ich immer auch ein paar erreiche, die es ja noch nicht geguckt haben und die dann nochmal vielleicht nochmal drüber nachdenken über eine Sache. Ich hatte es dir heute erzählt, heute war diese eine Paypal-Donation, die ich bekommen habe mit einer Nachricht. Danke, Sinan, für dein Luke-Mockridge-Video. Durch dein Video habe ich den Sachverhalt mir nochmal, ich habe mir das nochmal angeguckt und du hast echt ein paar interessante Gedanken, habe ich vorher nicht so gesehen. Das ist anekdotische Evidenz, natürlich nie passiert, das erfindet er gerade. Ja, und das lese ich dann so und denke so, boah, cool, weil das ist ja so, jemand hatte schon eine Meinung, dann gibst du vielleicht nochmal ein paar mehr Informationen und auf einmal öffnet sich so ein bisschen dieser Horizont wieder. So, es könnte ja auch anders, das war auch ganz krass bei dieser Geschichte von diesem holländischen Volleyballspieler, wo es medial völlig falsch erzählt wurde, leider. So, dann musste ich rein oder bin ich rein, habe die ganzen Background-Informationen gegeben, da habe ich auch so viele Nachrichten bekommen, so boah, krass, diese ganzen Informationen über den Volleyballspieler habe ich so gar nicht mitbekommen. Ich meine, aber im Prinzip sagt er ja, diese Leute, die das gucken, sind so dermaßen lost, die sind nicht mehr abholbar, die verstehen keine Argumente, also salopp ausgedrückt ist das, was er gerade versucht irgendwie da zu sagen und ich denke auch jemand, der, keine Ahnung, weil er irgendwie denkt, das liegt an Satanismus oder an irgendeine komische Parole halt irgendwie, die wollen die Kinder schwul machen, was weiß ich was halt, irgendwie ist deswegen aus diesen Gründen Anti-Vogue, auch der ist doch theoretisch dazu fähig, sich von einem besseren Argument dann irgendwie abholen zu lassen, um dann wiederum anders da drauf zu blicken. Also die Möglichkeit besteht, selbst wenn die vielleicht nicht wahrscheinlich ist, aber ich verschiebe. Ich muss auch sagen, also er ist ja schon sehr strikt, dass es da Leute gibt, dieses Publikum ist eigentlich verloren. Ja. So und das ist, finde ich, ich, ich. Also ich finde nach der Logik könnten wir auch Aussteigerprogramme dann für Nazis halt bleiben lassen. Ja. Die sind so lost, die sind so von ihrem Fremdenhass, von ihrer, keine Ahnung, ihrem Antisemitismus oder sonst was zerfressen, die kriegst du da nie wieder raus. Ja, okay, dann gibt es halt keinen Philipp Schlaffer oder so. Dann kriegen wir das nie wieder hin und dann, ja, nur dann frage ich mich halt, was machen wir dann eigentlich am Ende? Ja, das ist eigentlich ein Plädoyer für die Spaltung der Gesellschaft. Ja, genau. Das ist das, was ich dann auch nicht verstehe. Also das kann es auch nicht sein. Vogue Menschen werden dieses Buch nicht lesen. Die Stammzuschauer von Kosovo. Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist halt sehr bestimmt halt, wie er das sagt, ne. Die Wahrscheinlichkeit, ich sehe das, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das so ist, 100%. Aber, ja, es sieht ihm eigentlich auch nicht ähnlich irgendwie, dass er so vehement irgendwie da argumentiert. Hinzu kommt noch, was man bedenken muss. Ich weiß ja gar nicht, ob das Buch überhaupt dafür gedacht ist, weil er geht ja gerade davon aus, wann dann geht es zu Jasmin Kosebeck oder so und dann haben, er hat ja gerade mehr oder weniger gesagt, die Zuschauer sind eigentlich alle schon so auf Linie. Also erstmal die Aussage würde ich gar nicht mitgehen. Ich denke, es wird einen großen Prozentsatz vielleicht geben, weiß ich nicht, aber vielleicht auch manche gucken, dass einfach interessiert und können durchaus sagen, das ist Schwachsinn, das ist kein Schwachsinn. Das heißt, zu sagen, ein Buch muss ja den Extremfall retten, ist ja auch schon eine komische oder eine Position. Vielleicht mache ich ja nicht mal eine Sendung, um sozusagen den Hardcore-Intersektionalbaukisten zu bekehren, sondern vielleicht ist ja mal eine Sendung oder auch das Buch von Warnern dafür gedacht, jemanden, der noch gar nicht in den Kaninchenbau reingegangen ist, aber so kurz davor, was er so interessant fand. Weil ich glaube, gerade beim Thema Gendern ist es voll wichtig, da immer wieder darauf hinzuweisen, dass es Studien und so weiter gibt oder dass es keine Evidenz dafür gibt, dass es irgendwas bringt. Weil damit verhinderst du, dass es Leute anfangen zu machen aus Goodwill, der das Hardcore betreibt, den werde ich erstmal lange nicht überzeugen können. Aber es gibt ja ganz viele, die vielleicht noch nicht in die Opferrolle, in dem Käfig im Kopf, da gefangen, den Vogel im Käfig im Kopf, das Symbol da. Ja, egal, ja. Also, das ist ja die Frage, wen adressiert man, weiß ich ja nicht. Die Gefahr ist da. Ja, aber die Gefahr ist halt immer, ne? Also, das ist ja dann immer die, das ist wieder diese Sache, auf wen guckst du? Habe ich ja gerade gesagt. Also, guck, sag ich, meine, mein Video oder meine Inhalte können missinterpretiert werden, deswegen sollte ich sie gar nicht erst machen? Oder sage ich, das ist mir ehrlich gesagt egal? Ähm, mir geht's darum, vielleicht Schlimmeres zu verhindern, so pathetisch gesprochen, so. Was ist aber mit den verunsicherten Menschen, die noch keine feste Meinung haben? Genau. Der ist schlau, ne? Schon. Der ist ein, ja. Der ist schon schlau, natürlich. Der ist schon schlau. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Das ist richtig. Das ist ein guter. Er hat irgendwie einen Namen an dem gefressen. Ja. Ich habe ja vorhin kurz gelesen, das ist wohl dieser Hopf, Hopf. Ah, okay. Ich weiß nicht, warum der Gewischmann ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kenne auch nur die beiden Fressen und die Namen. Ja. Aber auch da wieder, ne? Dann ist für mich am Ende die Frage, müssen wir Menschen vor Informationen schützen? Ja. Also, entmündigen wir Menschen so sehr, dass wir sagen, das geht nicht. Und, also schaffen wir quasi am Ende dann bitte auch Demokratie ab, weil das ist eine Überforderung. Das ist eigentlich überfordernd. Also, du kannst da zwar irgendwas wählen, aber wir machen schon die Entscheidung. Ihr seid halt alle zu doof, deswegen. Hass und Topf. Und wenn man, wenn man, wenn man, und wenn man dann irgendwie Videos, keine Ahnung, TikTok-Videos vom Frankfurter Bahnhof sieht, dann denkt man sich vielleicht auch so, ja, vielleicht ist es auch so. Vielleicht ist auch die Menschheit so doof und wir müssen für die entscheiden. Ich bin da, ich habe, ihr werdet hier bei mir keine endgültigen Antworten bekommen. Genau dieses Argument spricht Sinan übrigens in seinem Video an. Das eine wäre ja sozusagen der selbstbewusste Ansatz, zu sagen, ich gehe irgendwo hin, weil ich der Meinung bin, ich verbreite keinen Hass, ich verbreite keine Hetze, ich möchte aufklären. So, und der andere Ansatz ist ja so, dass man sagt, oh, aber dann stärken wir eine Plattform, wo auch sowas stattfindet. Und vielleicht guckt dann jemand, der den Bahn an gut fand, der aber vorher gar nichts davon wusste, der guckt dann auch ein anderes Video. Und dann fällt der in dieses Rabbit Hole rein. Und was mich da auch wieder so ein bisschen stört, ist ja auch dann wieder so, man spricht ja auch dann wieder so den Leuten so ein bisschen ab, dass sie differenzieren können. Jetzt wiederholen wir gerade das, was ich gesagt habe und Janosch wiederholt es für uns. Ist geil, ne? Ist ja schon wieder, also. Video-ception, man sieht mich auch gerade gar nicht, weil du da drüber bist. Das ist geil. Okay, weiter. Und da landen wir am Ende eigentlich wieder bei der Frage, was für ein Menschenbild haben wir? Gehen wir davon aus, dass wir manche Menschen haben, die wir vor Informationen schützen müssen? Wo hat der Penner den Satz denn her? So geklaut oder was? Das ist doch mein Satz. Glaubt ihr ihm gar nicht mit der weißen Kappe? Das Original sitzt hier. Vor Fehlinformationen müssen wir diese Menschen so schützen. Das hat wieder was sehr, das geht ja gar nicht anders, als dass es autoritär wird. Weil man muss ja dann aktiv werden und man muss dann zensieren, man muss das weghalten, fernhalten, man muss das einordnen, man muss sagen, manchmal auch vielleicht auf der moralischen Ebene agieren, man muss sagen, mit denen nicht, die sind Pfui, die sind Bäh und so. Ja, vielleicht gibt es Menschen, bei denen man das so machen kann, dann müssen das andere machen. Ich kann das nicht. Ich kann Menschen nicht so, weiß ich nicht, wie Kinder behandeln. Das liegt nicht in meiner Natur. Ich denke, Sinan trifft hier einen sehr wichtigen Punkt. Was für ein Menschenbild haben wir? Sinan und Warnan haben, basierend auf ihren Aussagen, ein sehr positives, optimistisches Menschenbild. Sie gehen davon aus, dass Menschen, die diese Videos sehen, erwachsen und intelligent sind. Sie können kritisch denken, vernünftig abwägen und sogar ihr eigenes Weltbild hinterfragen. Ich kann dir auch sagen, warum er das anders sieht. Also ich habe eine Vermutung, weil er Arzt ist. Und als Arzt, das habe ich mir jetzt von vielen Ärzten erzählen lassen, hast du den ganzen Tag oder sehr häufig mit Patienten zu tun, die den ganzen Tag Entscheidungen treffen gegen ihre eigene Gesundheit. Und das macht dich, glaube ich, irgendwann als Arzt, gerade wenn du in einem Krankenhaus arbeitest, das macht dich, glaube ich, irgendwann fertig, dass du da ständig jemanden sitzen hast und dann sagst du denen, ey, wenn sie das machen, dann kriegen sie die Krankheit oder dann sterben sie und dann gehen die raus und die machen genau das weiter. Die rauchen weiter, die fressen sich kaputt, die bewegen sich nicht. Und du redest mit denen ja gerade, also diese ganzen Probleme bei Adipositas, das ist ganz häufig, da hat er ja auch schon ein Video zu gemacht und ich habe auch ein paar Arztfreunde, wo ich mit denen mal gesprochen habe, die berichten alle das Gleiche und ich glaube, dann irgendwann kriegst du so ein Menschenbild, das switcht dann so ein bisschen aufgrund deiner Erfahrung. Das wollte ich gerade fragen, also ob das dann über dieses praktische Erfahrung hinausgeht quasi. Vermutlich, könnte ich mir vorstellen, dass die dann irgendwann sagen, nee, denen kannst du das ja nicht erklären, die sind ja zu doof, ihr eigenes Leben zu retten, also klingt jetzt böse, aber ich könnte mir vorstellen, dass das... Wer macht da noch einen anderen Punkt, aber es ist natürlich interessant, die These. Ja, also es wäre jetzt so meine ins Blaue hinein, habe ich jetzt einfach mal vermutet, wir hören mal rein. Hier liegt wohl der Kernunterschied zu meiner Sichtweise. Mein Menschenbild ist leider nicht mehr so optimistisch. Die Corona-Pandemie, dieser größte Intelligenztest der letzten Jahre, hat für mich gezeigt, dass ein großer Teil der Bevölkerung diese Fähigkeiten leider nicht besitzt. Das ist keine Demo, wir gehen hier spazieren. Lustigerweise, ja, also eigentlich genau dasselbe Wording, das die Wurbler halt so verwenden, oder? Sie nennen es auch Intelligenztest. Ja, oder Psychotest oder Gehörigkeitstest oder keine Ahnung, ja. Die Demo ist verboten. Das ist natürlich jetzt auch Framings des Todes, ne? Also natürlich, klar, das gab's alles, aber da jetzt auch zu sagen, also das war ja, musste ich ja auch selber, also muss man ja mal ganz fairerweise sagen, ja, gab das, aber es gab auch Leute, die haben einfach gesagt, ja, Moment mal, das passt mir nicht so ganz, die Entscheidungen oder die Maßnahmen, also auch da von bis, ne? Nanopartikel enthält, die hochgiftig sind. Ich hab Reden von Hitler gehört, also da konnte man keinen Unterschied machen von Reden von heutigen Linken und was Hitler damals geredet. Also allein schon von der Tonqualität kann man hier wohl Unterschiede machen. Ja, ja, durchaus, ja. Aber ich meine, Corona, Corona! Aber diese Stern-TV-Reportagen eben damals, ich meine, das hast du dir halt angeschaut, wie die ganzen Dokus über die Familie Ritter, das war ja wirklich auf dem Niveau, sie wollten einem ja wirklich das Schlimmste einfach zeigen, also wirklich die absoluten Ausgeburten. Das ist auch für mich, für mich war da auch klar, also Spiegel-TV macht da kein Stern-TV oder so, aber Spiegel-TV hat aber auch diese Dokus gehabt. Ja, ja, klar. Ich dachte auch so, das hat mit Journalismus gar nichts zu tun. Du gehst auf eine Demo und du sagst, okay, ich hab Bock. Wo sind die größten Freaks? Wo sind die schlimmsten? Das ist hier eine Freakshow. Das Schild sieht lustig aus, da gehen wir hin. Was, der hat ein Ganzkörperkostüm an, da gehen wir jetzt mal rein. Ach, der trägt eine Binde als Maske? Ja, den brauchen wir, den brauchen wir. Kollege, komm mal her. Dich bringen wir ganz groß raus. Sie können nicht differenzieren, nicht kritisch denken und sind für bestimmte Agenten leicht zu instrumentalisieren. Menschen glauben an eine flache Erde, schwören auf Homöopathie und laufen auf die Straße, wenn irgendwelche ausgemusterten Professoren Skandal rufen. Das ist zwar immer noch eine Minderheit, aber eine wachsende. Man hat vor zehn Jahren über die AfD gelacht und seht euch an, wo wir heute stehen. Ich bin daher sehr wohl der Meinung, dass man Kanäle und Personen, die Verschwörungsideologien oder Lügen verbreiten, nicht unterstützen sollte. Stattdessen sollte man sie widerlegen und bloßstellen. Und das heißt nicht automatisch, dass man eine Meinungsdiktatur fordert Sinan. Es gibt einen Unterschied zwischen einer totalitären Diktatur und der Entscheidung, nicht auf solchen Kanälen aufzutreten. Du argumentierst hier etwas zu einseitig. Das ist ein klassischer Fall des Slippery Slope-Failers. Wenn A passiert, folgt automatisch B und C. Nein, das ist eben nicht zwangsläufig so. Welchen Slippery Slope habe ich gemacht? Also, dass ich sage quasi, ach so, dass ich sage, wenn man das macht, dann am Ende muss es autoritär werden, dass ich von... Okay, ja, okay, ich habe es auch falsch verstanden. Das meinte, dass ich das gemacht habe, ja. Aber, ja, natürlich, das ist dieses Slippery Slope, manchmal ja auch quasi, ist ja verwandt sozusagen eigentlich mit dem Strohmann, dass du etwas voraus, also was sagst, was eigentlich nicht gesagt wurde. Das andere ist einfach nur, ich mache noch die Treppe bis zum Strohmann, also die Rutsche, die Rutsche bis zum Strohmann. Aber, ich verstehe den Kritikpunkt, gleichzeitig muss ich aber sagen, finde ich, ich würde das aus der Mathematik immer Grenzwertbetrachtung nennen. Also, du hast einen Fall und guckst dir an, was wäre denn, wo es enden könnte. Die kannst du ja in alle Richtungen betrachten. Du kannst ja sagen, okay, wenn wir das machen, ich sage ja nicht, dass es automatisch da endet. Aber, dass man zumindest mal hinguckt, finde ich nicht verkehrt, weil du musst, der Frage musst du dich stellen, weil sonst hast du ja gar keine Hürde. Also, das ist wie mit den ganzen, mit den Datenschützern, wo dann immer ganz viele sagen, scheiße Datenschützer an, jetzt muss ich auf jeder Seite Cookies anklicken und bla 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 und dann fragst du die und dann sagen die, ja, ja, aber überleg mal, wenn diese Daten erstmal da sind und was man damit machen kann und irgendwann dann scannen die dich und dann können wissen die alles über dich. Und dann sagst du, ja, jetzt machst du aber hier, ne, dem Worst, ja, aber das ist genau das, was du machst. Du guckst dir an, was kann im schlimmsten Fall passieren und was ist die Slope, die Rutsche bis dahin? Es ist nicht ein bisschen auch das, was hier bei Skeptic so in letzter Zeit irgendwie öfter mal gesagt hat, dass der Fehlschluss, Fehlschluss, also dass du quasi zu schnell mit dem, Begriff Fehlschluss um dich halt wirfst quasi. Ja, ja, kann sein. Also im Prinzip macht er selber zweimal den Slippery Slope dann. Ja. Also ein bisschen schwierig so. Wir können das immer so weiter so machen. Ja. Also ein bisschen schwierig. Eben, wir können da immer so weitermachen eben. Ah, du hast uns. Also deswegen wäre ich da auch dafür, dass ich einfach sage, okay, pass auf, ich sehe oder ich kann mir vorstellen, dass das in diese Richtung geht. Und jetzt muss man ja auch sagen, vielleicht finde ich ja gar nicht, also das Endstadium wäre jetzt so die totale Zensurdiktatur. Was weiß ich, wir geben vor, was man zu denken hat, 1984, Gedankenverbrechen und so weiter. Klar, kann man jetzt sagen, jetzt machen wir ja nicht hier so einen Strommann und machen hier nicht so eine Slope bis dahin. Aber es kann ja sein, dass ich nicht das Szenario schlimm finde, sondern vielleicht, wenn wir uns hier befinden und das ist das Endszenario, vielleicht finde ich ja schon hier schlimm. Vielleicht finde ich ja schon einen Schritt weiter, finde ich vielleicht ja schon unangenehm. Dann würde ich dieses Szenario natürlich, jetzt muss man aufpassen, dass man nicht mit Angst arbeitet, aber dass man zumindest klar macht, okay, pass auf, das ist so die Tendenz, das ist die Richtung, wo es hingeht. Aber mir ist eigentlich schon ein Schritt weiter, ist mir schon zu viel. Und das wäre ja eine legitime Meinung, dass man, und das ist ja das, was ich schon ganz häufig gesagt habe, dieses liberal, autoritär. Die meisten Diskussionen finden auf der Achse statt. Diese Rechts-Links-Einteilung funktioniert da vorne und hinten schon überhaupt nicht mehr. Ganz häufig ist die Frage, wie viel Freiheit können wir uns eigentlich leisten? Und das ist ja auch das eigentlich das Kernvideo, die Kernfrage. Wie viel Informationsfreiheit können wir uns leisten? Informationsfreiheit heißt auch, dass da Des- und Fehlinformationen natürlich diese Freiheiten genießen. Weil du kannst es ja nicht anders machen. Du kannst halt sagen, wie willst du es sonst machen? Dann kannst du ja nicht sagen, ja, diese Informationen sind erlaubt, aber die nicht. Wer entscheidet das? Das ist ja keine Freiheit. So, also kannst du nur hingehen und sagen, okay, wir versuchen es einzuordnen, wir versuchen, keine Ahnung, eine Gegendarstellung und so weiter. In der Hoffnung, dass in der Summe dann trotzdem die besseren Entscheidungen. Und dann sind wir wieder beim Menschenbild. Ja, das ist irgendwie verzwickt. Man kann Gegenargumente wie meine nicht so leicht beiseite wischen. Ich bin mir sicher, dass du das auch nicht ganz so gemeint hast. Und das ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, dass in solchen Situationen schon sinnvoll sein kann, live und persönlich zu reden. Ich denke, wir würden uns schnell einigen können. Ein paar Minuten später sagt Xena. Du bist doch stärker wahrscheinlich. Ich bin stärker. Ich habe mich jetzt mal geregelt. Nein. Dann übrigens folgt. Es ist ja sehr, sehr fair, freundschaftlich und nett einfach weiter. Also ich finde, so kann man halt auch irgendwie eine Meinungsverschiedenheit mal irgendwie haben. Also es ist halt, ne, also weiterhin ist er halt total fair irgendwie, wohlwollend. Selbst wenn man da als anderer Meinung ist, passiert halt gar nichts draus. Genau, genau. Also nur, dass das, falls jetzt irgendwer sich gerade fragt, so manche Menschen haben ja sehr, sehr schnell so einen flauen Magen wie ich nach dem Eis gestern, dass sie so denken, oh nein. Ich muss mich entscheiden. Team Sinan oder Team Janosch. Team Janosch. Oder sind die jetzt, ich habe bis jetzt null das Gefühl, dass das ein Front ist. Ich will, ne, überhaupt nicht. Also ich bin ja auch, ich, ich, das ist bei mir nicht nur so eine Floskel, dass ich sage und wenn ihr anderer Meinung seid, sagt mir das so, ne, so macht halt, aber ich wische mir damit den Arsch ab. Nein, sondern mich interessiert das wirklich. Und ich habe bei ganz, ganz, ganz vielen Themen, wo ich mir Gedanken zu mache, habe ich keine feste Meinung. Das ist, ich bin da Meinungsfluid. So, das kann sich ständig, das kann jeden Tag eher in die Richtung gehen. Ich kann jetzt zum Beispiel, sagen wir, in den nächsten Wochen würden sich die Meldungen häufen, so aufgrund von Fehlinformationen passieren, ganz schreckliche Dinge. Komplett alles geht den Bach hinunter und so weiter. Dann würde ich auch vielleicht sagen, oh, vielleicht müssen wir den Informationshahn ein bisschen zudrehen. Vielleicht. Kann ja sein. Also ich bin da nicht endgültig in meinen Positionen. Kein bisschen. Weiß ich nicht. Ich glaube, da brauchen wir mal ein bisschen mehr wieder auch aushalten, Toleranz, wirklich auch Toleranz für Schwurbel. Es passiert nicht sofort das Schlimmste der Welt. Also wenn man Schwurbel einfach reden lässt, passiert also nicht sofort das Schlimmste der Welt. Aber wenn wir nicht mit ihnen reden, dann wird morgen gleich eine Diktatur etabliert. Okay, das hast du jetzt halt so schon auch nicht gesagt. Das habe ich so nicht gesagt. Ein bisschen, Tor, Mann. Ein bisschen. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Merkst du den Widerspruch? Und das ist die erste Aussage in diesem Video. Nein, ehrlich gesagt nicht. Jetzt muss ich ja drauf eingehen, Mann. Also was war die These? Wenn man, wenn ich sage, wenn man mit Schwurblern, wenn man Schwurblern reden lässt, passiert nicht sofort das Schlimmste der Welt. Aber wenn man nicht zu ihnen hingeht. Wenn man nicht mit ihnen spricht, ist das sofort Diktatur. Ja. Aber sofort. Und pass auf, und das ist die Fehlannahme. Ich sage überhaupt nicht, dass man mit denen reden muss. Das ist nicht mein Take. Das war auch das ganze Video über nicht mein Take. Ich finde, ich selbst rede ja auch, habe ja das auch nicht angenommen, das Gespräch. Mein Take ist ein anderer. Mein Take ist nur die Verurteilung dessen. Das würde ich nicht machen. Weil das ist der diktatorische, das ist der autoritäre Move daran. Ja, na ja, klar. Du kannst natürlich dich hinstellen und sagen, mit denen quatsche ich nicht. Die sind mir zu blöd. Du musst das auch nicht argumentieren. Du kannst aber sagen, nee, die finde ich, ich habe mir 20 Gäste angeguckt. Das ist keine Plattform, auf der ich stattfinden will. Aber das ist cool. Musst du nicht. Aber ich urteile nicht bei anderen darüber. Das ist meine Kernaussage. Video, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich habe dazu eine komplett andere Meinung. Nein, es sollte keinerlei Toleranz für Schwurbler geben. Null. Und damit meine ich kein Sprachverbot für sie. Wir sollten sie reden lassen, klar. Aber Verständnis zu zeigen, das geht mir zu weit. Davon spricht doch aber auch irgendwie. Nee, also widersprechen immer. Also in der ganzen Thematik geht es aber auch gar nicht darum, Verständnis für Schwurbler zu zeigen, auch nicht, wenn Warnan zu der Kosebeck hingeht. Wie gesagt, ich habe den Auftritt nicht mal gesehen. Bei Warnan bei Kosebeck. Genau. Ich habe es gesehen. Okay, also. Es wird 0,0 geschwurbelt. War da nicht auch so, dass er sagt, ich würde da jetzt nicht zustimmen irgendwie bei irgendwelchen Sachen? Er hat sich sogar distanziert von Verschwörungstheorien. Er hat erklärt, dass diese Woke-Geschichte, ähm, nein, ich habe das Video weggelegt, warte. Dass diese Woke-Geschichte sozusagen ähnlich funktioniert wie Verschwörungstheorien. Das fand ich ein geiler Move. Du gehst auf einen Kanal, wo ganz viele Verschwörungstheorien unterwegs sind und dann sagst du, das funktioniert genauso wie der Scheiß, an den ihr alle glaubt. Also eigentlich hat er doch genau das sogar gemacht, an einem Punkt zumindest. Ich meine, er wollte trotzdem ja hauptsächlich irgendwie seine Thesen und sein Buch irgendwie da auch erklären und promoten vielleicht auch ein bisschen. Aber eigentlich hat er doch genau das gemacht. Hätte ich auch so verstanden. Ich finde es halt krass, dass er sich jetzt irgendwie daran aufhängt, irgendwie, dass du halt Schwurbler legitimierst. Ja, aber da glaube ich, das wäre jetzt so meine Vermutung. Das habe ich schon öfter erlebt, weil ich insgesamt ein bisschen toleranter bin. Pass mal auf, du machst hier Fuß-Content, ne? Weil ich insgesamt ein bisschen toleranter bin und viel aushalte, bei manchen klingt das dann wie, ich unterstütze das. Und das ist so, aber ich glaube, auch dieses Gefühl ist so menschlich. Wenn ich dir jetzt irgendwie erzähle, boah, ich muss dir was erzählen, hier ein Kumpel, der hat das und das und das gemacht, das ist so mies, oder? Und du machst jetzt so, dann wäre ich von dir angefressen. Dann würde ich sagen, hä, wie? Findest du nicht schlimm? Findest du nicht schlimm oder was? So, und ich würde dann, was würde man machen? Natürliche Reaktion ist, ich würde das nochmal versuchen, weiter zu dramatisieren. Dann würde ich sagen, verstehst du nicht, was der gemacht hat? Dann sage ich es nochmal. Und dann sagst du, hä, jetzt übertreib mal nicht. Wie? Und dann geht das immer weiter. Ja. Obwohl du nichts gemacht hast, außer zu sagen, Ich weiß nicht, ich habe zu wenig Informationen, oder ich kann es, ich will es nicht verurteilen, oder ich habe dazu keine Meinung. Das ist ja bei ganz vielen, ich habe dazu keine Meinung, heißt Wie, du hast dazu keine Meinung? Deswegen glaube ich einfach, dass das vielleicht in diese Richtung geht. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen verkackt. Ich glaube, du bist ein bisschen zu weit zurück, aber wir sehen es ja gleich. Zu weit zurück, meinst du schon? Und das ist die erste Aussage in diesem Video, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich habe dazu eine komplett andere Meinung. Nein, es sollte keinerlei Toleranz für Schwurbler geben. Null. Und damit meine ich kein Sprachverbot für sie. Wir sollten sie reden lassen, klar. Aber Verständnis zu zeigen, das geht mit. Gehe ich aber mit. Reden lassen, aber kein Verständnis für Schwachsinn. Auf gar keinen Fall. Nicht für deren Thesen. Also nicht bei eben, 9-11 war ein Inside-Job oder die Erde. Fraterale. Ex-Mensch. Ja, da gehen wir nicht mit. Corona-Diktatur. Mehr zu weit. Wie ihr merkt, kann man das Thema aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten und je mehr ich darüber nachdenke, desto spannender finde ich es. Ich hoffe, ihr könnt das auch nachvollziehen. Mir ist dazu aber noch etwas eingefallen. Frau Kosubek profitiert auf eine ganz andere Weise enorm von Warnerns Auftritt. Er gehört zu GWUP, einem Verein, der sich der wissenschaftlichen Aufklärung verschrieben hat und viele bekannte Gesichter aufweist. Die GWUP steht, hoffentlich immer mehr, für seriöse, transparente und einwandfreie Wissenschaft. Und wie praktisch ist das dafür, Frau Kosubek im Zweifelsfall einfach zeigen zu können, nein, ich lade hier nicht nur Verschwörungstheoretiker ein. Ich hatte auch mal einen seriösen Neuropsychologen bei mir. Mein Kanal ist überhaupt nicht voreingenommen und verfolgt keine Agenda. Nach all diesen Überlegungen... Ja, ähm... Also der Tag ist gar nicht so doof, ja. Ja, ja, ich verstehe nur das, also ich verstehe das, man sollte das aus marketingtechnischen Gründen alles mitbedenken. Und es kann auch sein, dass das bei Frau Kosubek alles so stimmt. Aber ich möchte nur wieder diese, man muss das auf einer Metaebene bringen. Was könnte das bei anderen bedeuten? Und dann bin ich wieder bei dem Punkt, unter Umständen kommt einer nie mehr aus einer Schleife raus. Nie mehr. Weil es redet nur noch eine gewisse Bubble mit dir. Also das ist doch, das kann es ja nicht sein. Ich will das nicht auf Kosubek münzen, dazu weiß ich zu wenig. Ich sage nur generell. Ist das für mich ein schwerer Punkt. Dann frage ich mich, was gewinnt man und was riskiert man mit so einem Auftritt? Das wird sicher Menschen geben, denen Warnern hilft, aber ich befürchte, dass die Schäden, die dabei nebenbei entstehen, den Nutzen bei Weiden überwiegen. Das ist im Übrigen ja auch letztlich die persönliche Entscheidung, die ich für mich dazu gemacht habe. Was könnte ich gewinnen? Was würde ich verlieren? Das macht man immer. Du machst eine Kosten-Nutzen-Abrechnung. Also du fragst dich, gut, ich könnte vielleicht neue Zuschauer generieren. Sind das Zuschauer, die generell an meinem Wissen interessiert sind? Kann ich da irgendwas... Und was ist vielleicht der negative Punkt? Also würde ich vielleicht sie damit legitimieren? Also das sind schon... Die Abwägung muss jeder ja machen. Das macht ja auch jeder, glaube ich. Warnern gibt ja selbst zu, dass er vor allem deshalb zu Frau Kosubeck gegangen ist, weil ihn sonst niemand eingeladen hat. Die Frage ist also, sollte man die Risiken eines solchen Auftritts in Kauf nehmen, nur um ein Buch zu promoten? Ich möchte gleich dazu sagen, dass Warnern diese Probleme entweder nicht sieht oder sie ganz anders bewertet. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Was machst du dann am Ende? Du hast dich damit befasst. Das kann mir irgendwie keiner beantworten. Weil dann kommt immer am Ende so, ja, gehst du trotzdem nicht hin. Achso, dann hast du einfach ein Buch geschrieben und dann zeigst es halt keinem. Okay. Stimmt. Ja, okay. Und warum sollte ich das tun? Also was wäre meine... Das ist dann so, damit du ein besserer Mensch bist. Okay. Also ich habe studiert, ich habe das alles untersucht, ich habe mich ein Jahr dahingesetzt, habe alles geschrieben. Aber am Ende soll ich das nicht machen, weil... Am Ende soll es keiner lesen, bitte. Das ist das Quatsch. Das kann, ja, also vielleicht, er ist ja praktizierender Arzt. Vielleicht sieht er das ein bisschen noch entspannter. Weißt du, was ich meine? So, ja. Vielleicht, ja, also das wollte ich jetzt nicht sagen, aber auch so allein schon thematisch. Er hat ja seine Profession für Warnern, das ist sein Thema. Ja, ja. Das ist sein Ding. Du kannst nicht einfach sagen, wenn sonst keiner mit dir reden will, dann... Also Warnern hat, meine ich, auch gesagt eben, dass er im Prinzip auch, also im universitären Kontext keinen Fuß mehr fassen wird. Da ist er verbrannt. Da ist er einfach, das ist jetzt schon durch das Thema ziemlich sicher. Was einfach übel ist. Ja, was richtig übel ist, klar. Aber das ist halt eben dieses Feld der Psychologie. Da hast du halt schon viel Überschneidung quasi mit einer gewissen Denkweise halt. Und da gilt er, glaube ich, und das denke ich mal auch, das ist durch das Thema. Das ist schon irgendwie... Das ist krass, ja. Das ist, was ich gerade eben gesagt habe. Irgendwann befindest du dich in einer Schleife. Und ich frage mich da wirklich, also das kann ich jetzt nicht beantworten, aber das sind so Gedanken, die ich mir mache, ob bei Corona man nicht tatsächlich ganz viele Menschen am Ende wirklich verloren hat, weil man sie zu schnell ausgeschlossen hat. Ich weiß es nicht. Das ist eine Überlegung, die ich habe. Ja, ja. Dass ich mir so denke, war das so clever, sofort so hart? Also retrospektiv würde ich sagen, ja, natürlich war es das. Also es war zu hart, auf jeden Fall, klar. Aber ich denke mal, richtig rational hat sich kaum einer verhalten innerhalb dieser Zeit. Aber eben, es ist halt, ja. Dass diese Fragen in seinen Überlegungen möglicherweise gar keine Rolle spielen. Wäre er aber auch ohne Druck von seinem Verlag zu Frau Kusubeck gegangen? Er beantwortet das so. Wenn du mindestens eine weitere Antwort bekommen hättest, dann wärst du zu ihr nicht hingegangen. Ist das so, oder hättest du das auch gemacht? Also ich hätte, also ich hätte andere Optionen präferiert, aber ich wäre, um jetzt einfach mal zu spoilern, trotzdem, also ich bin dort hingegangen und ich würde da immer noch wieder hingehen. Wobei ich halt erst, also wobei ich halt viele der Sorgen erstmal ernst nehmen kann. Vielleicht um das mal direkt klarzustellen. Also wenn Leute denken, dass ich die Inhalte, die jetzt auf dem Kanal jetzt viel verbreitet werden, von mehr als den Gästen, die da gekommen sind, will ich das erstmal klar verneinen. Also ich selber grenze nicht von so Verschonungsdenken ab und das tue ich auch. Ich glaube Warnan, aber ganz ehrlich, 100% überzeugt bin ich nicht. Aber gut, ich denke, dass ich meine Gedanken dazu erstmal klargemacht habe. Sinan spricht in seinem Reaktionsvideo jedoch noch eine sehr interessante Sache an. Und dann frage ich mich immer, okay, habt ihr euch mal vielleicht irgendwann überlegt, wie kommen wir aus dieser Spaltung eigentlich raus? Und ich sehe nicht, wie die Strategie funktionieren soll, dass man immer die Abtrünnigen, sei es jetzt Verschwörungsdullis oder Leute im Osten, die irgendwie Rechtsextreme wählen, dass man einfach immer nochmal 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 härter und härter draufhaut. Und das soll dann gegen Spaltung helfen. Also der Keil steckt da drin und die Leute hauen so drauf, die Spaltung ist ein Problem. So, nein. Ja, wenn ich an das AfD-Problem im Osten denke, gebe ich Sinan recht. Trotzdem habe ich noch einen anderen Gedanken. Ist Spaltung immer schlecht? Bei Kernspaltungen spalten sich auch die Meinungen. Ist Spaltung immer schlecht? Ich bin jetzt sehr gespannt, was jetzt kommt. Er erinnert mich sehr an so eine überbelichtete junge Dame aus dem Funkkosmos. Die hat auch so was ähnliches mal gesagt. Das war so irgendwie so der Blinddarm, glaube ich. Das kam da mal vor, ne? Das stimmt. Manchmal muss so ein Blinddarm ja auch einfach rausgeschnitten werden. Genau, genau. Und der nervt nur und der schadet auch nicht, wenn der weg ist. Ich weiß ja nicht. Ja, äh, ja. Ich sehe da Parallelen. Und Böhmermann hat ja letztens in der Zeitzeitung auch einen ganz langen Text. Der war so ein bisschen... Der Mensch von gestern. Der Mensch von gestern. Der ausgesondert werden muss. Genau, wir müssen die Menschen von heute, müssen sich jetzt einmal nochmal alle zusammentun. Die von heute und die von morgen. Die von heute und morgen müssen sich jetzt einmal zusammentun, um die Menschen von gestern, aber dann aber auch wirklich abzuspalten. Ja. Also wirklich abzutrennen. Und ich finde das immer so einen spannenden Gedanken. Das ist immer leicht gesagt. Ich frage mich dann immer, wie soll das in der Realität funktionieren? Wie soll das ablaufen? Komme ich dann gleich einen guten Tag? Sind Sie ein Mensch von heute und morgen oder sind Sie ein Gestriger? Ich bin ein Gestriger. Ich habe ja ein Manifest mit 14 Punkten. Wenn Sie nur mit einem Punkt nicht übereinstimmen... Ich meine, so ein Punkt war halt irgendwie, Russland muss besiegt werden. Ja. Und wenn du nicht der Meinung bist, Russland muss besiegt werden, was halt so schwierig ist... Bisschen schwierig. Bisschen schwierig. Ja, dann ist... Dann bist du halt Mensch von gestern und du hast ausgesondert. Okay. Das finde ich alles so. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was er sagt, weil wir haben es jetzt gehört. Also manchmal ist Spaltung vielleicht ja nicht verkehrt. Was ist überhaupt Spaltung? Spaltung ist meiner Meinung nach meistens nichts, was stufenlos zustande kommt. Wenn wir uns darauf einigen, dass Spaltung dem Endpunkt einer Entwicklung entspricht, dann finden wir einen Schritt vor diesem Endpunkt sowas wie Abgrenzung oder Trennung. Ist das auch zwangsmäßig schlecht? Unterschiedliche Meinungen zu einem Thema werden oft sofort als Spaltung der Gesellschaft bezeichnet. Auch dann, wenn man einfach eine klare Abgrenzung fordert, wird einem viel zu schnell Spaltung vorgeworfen. Und das finde ich fatal. Das könnte ich euch ganz konkret am Thema Alternativmedizin illustrieren. Ich würde mir eine klare Trennung zwischen Heilpraktikern und Ärzten, zwischen Globulie und Medikamenten wünschen. Meiner Meinung nach sollte es nicht heißen, fragen Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Nein, fragen Sie Ihren Arzt. Und was Sie sonst noch machen, ist Ihre Sache. Aber Arzt und Heilpraktiker sind nicht gleichwertige Partner. Genauso wenig sollte es heißen, lassen Sie sich professionell beim Onkologen behandeln oder gehen Sie zum Schamanen. In diesem Fall würde ich mir definitiv mehr Abgrenzung oder Trennung wünschen. Alternativmediziner würden mir aber sofort Spaltung vorwerfen. Ja, aber jetzt wäre ja die Frage, also das ist ja jetzt erstmal so Abgrenzung klar. Das kann ich ja machen. Ich kann ja sagen, also für mich ist ganz klar, jemand, der unwissenschaftlich, also wissentlich unwissenschaftlich arbeitet, habe ich keinen Bock drauf. Ob wer einfach eine Ideologie anhängt, ohne das kritisch zu unterfragen, habe ich alles keinen Bock drauf. Aber die Frage ist doch jetzt, wie geht er mit jemandem um, der dann jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich bin auch mal zum Heilpraktiker gegangen. Ich habe mir auch mal einen Termin bei dem geholt. Ist er dann jetzt für ihn jemand so, ja, sorry, dich behandle ich nicht. Du warst auch beim Feind. Das will er doch nicht hoffentlich sagen. Nein, 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 das glaube ich nicht. Also er sieht es ja schon irgendwie auf der fachlichen Ebene und wünscht sich eine Abgrenzung eben zwischen Quatschmedizin und echter Medizin. Ja. Das Problem ist aber ja, glaube ich, eben bei dem Schwurbler, der, das ist ja nicht sein Beruf, also du bist ja Verschwörungstheoretiker neben deinem Beruf. Das bist ja du. Das ist ja deine Weltsicht quasi. Das heißt, da willst du ja, also er will ja auch zum Beispiel nicht den Menschen hinter dem Heilpraktiker wahrscheinlich irgendeinen, also gut, er hat auch komische Ansichten und so weiter, aber es geht ihm ja erstmal quasi, glaube ich, auf der fachlichen Ebene um eine Abgrenzung und nicht um den Menschen dahinter. Aber wenn du es halt bei, sagen wir mal, auch wenn es jetzt nicht 100 Prozent stimmt, aber bei diesen Kosebeck zuschauenden Menschen halt irgendwie, wenn du es auf die münzt so, also auf welcher Basis willst du die abgrenzen? Ja, schon in ihrem Menschsein irgendwie. Also, das ist halt irgendwie, ich finde den Vergleich, finde ich jetzt auch ein bisschen komisch. Ja, der ist strange, weil wir haben nun mal auch Punkte, wo es ja leider nicht so eindeutig ist. Also, ich wäre ja froh, wenn das immer so klar alles wäre, aber manchmal ist es ja halt eine Möcke auf deinem Bein. Jetzt weg. Also, das ist so, es ist halt manchmal bei vielen Themen ja eben nicht so, gerade wenn wir über diese Diskussionen sprechen, die autoritäre oder die liberale Achse, wie wollen wir es angehen gesellschaftlich? Da gibt es nicht, dass, das ist, also, wenn wir das alles mit wissenschaftlichen Methoden beantworten könnten, wäre ja gut, aber das andere, manche Sachen sind aber einfach eine Entscheidung. Ja. Wie wollen wir es gesellschaftlich machen? Das sehe ich eigentlich in jedem Fall so, wenn es um gesichertes Wissen geht. Gesichertes Wissen ist... Gesichertes Wissen. Ja, was mein, also, ne, das, ähm, musste ich leider auch ja in den letzten Jahren so lernen. Ja, es gibt gesichertes Wissen, so, Naturkonstanten, Naturgesetze sind schon sehr, sehr, die, 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 da hat man noch nie erlebt, dass, äh, dass, äh, das M mal A gleich F nicht stimmen würde. Ich hoffe, die Formel stimmt. Ähm, also, das, 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 das hat man noch nie beweisen können, so. Also, aber gesichertes Wissen... Ja, wir haben gesichertes Wissen darüber, dass Homöopathie halt Quatsch ist, so, und auf der Basis irgendwie ist es ja auch in Ordnung. Genau. Also, da muss halt der Gesetzgeber halt auch nachziehen. Daher ist es in, insofern, ähm, seltsam, dass wir da die Abgrenzung nicht haben. Also, was uns aber in diesem gesellschaftlichen Problem überhaupt nicht weiterführt, also... Ja, ja, gerade bei gesellschaftlichen Fragen ist das halt eben nicht ganz häufig so, weil, ja, ich glaube eigentlich immer, wenn wir in so einen philosophischen Bereich gehen, wo es dann wieder die Frage ist, äh, was für ein Mensch ist, äh, was für ein Mensch ist das? Was für ein Menschenbild steckt dahinter? Ich meine, warum bin ich letztlich bei meiner Sendung bei, bei Fragen gelandet, äh, gibt es einen freien Willen, ja? Weil das die alles entscheidende Frage ist, gibt es einen freien Willen, kann ich... Du hängst zu viel mit Matze rum, ganz ehrlich. Ja, aber das ist, das ist die alles entscheidende Frage, weil wenn du sagst, ja, ja, dann bist du natürlich grundsätzlich eher Team Freiheit und sagst so, ähm, der Mensch kann frei entscheiden und, ähm, sollte, ne, er braucht ja nur die richtigen Informationen, dann wird er die richtigen, selbst gewählt, die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn du sagst, nee, es ist alles eher eigentlich, äh, einfach nur ein Produkt seiner Erfahrungen und was den vorangegangenen und eigentlich alles so Kausalketten und, äh, wenn das und das und das passiert ist, dann passiert auch das. Ja, dann ist, sind natürlich freie Entscheidungen häufig nicht so gut, weil, weil, also dann greifst du da ja nicht ein, also das ist so ein bisschen laienhaft jetzt gesprochen, aber, ähm, und das sind so Fragen, da, da kriegst du nicht so eine Antwort, weil das dann von einer, einem Menschenbild einer Philosophie abhängt und da sind wir uns nicht einig, das ist nicht die Richtige und die Falsche, die gibt es nicht. Das ist in meinen Augen immer mehr wert als bloße Meinungen und sollte von denen klar abgegrenzt werden. Unterschiedliche Meinungen über Fakten sind völlig in Ordnung, aber um weiterzukommen, müssen wir uns oft auf eine einheitliche Sichtweise einigen, sonst macht jeder einfach sein Ding. Diese kleinteilige Spaltung fördern übrigens viele Menschen in den letzten Jahren buchstäblich. Jeder soll das Recht auf seine eigene Realität haben. Jeder darf alles so interpretieren, wie er möchte. Das solle fortschrittlich und gut sein. Aber sobald es um größere Gruppen mit unterschiedlichen Meinungen geht, wird plötzlich von Spaltung gesprochen und das sei ja furchtbar schlimm. Was wollen wir also? Ich denke, dass es in vielen Fällen sehr wohl ein richtig und falsch gibt. Doch wer entscheidet das? Es ist nicht alles schwarz und weiß und wir verlassen uns oft auf gemeinsame Werte, Gewohnheiten, Traditionen, Überzeugung und ja, leider auch auf Dogmen. Es ist richtig und wichtig, diese ständig zu hinterfragen, aber ich denke, wir sollten dennoch versuchen, gemeinsame Ziele zu finden. Wenn wir uns zu sehr verzetteln und immer jede Befindlichkeit und jede unzufriedene Stimme anhören, kommen wir nicht voran. Wir bleiben stehen, wir können keine Entscheidungen mehr treffen. In der Praxis werden häufig Mehrheitsentscheidungen getroffen, keine einstimmigen. Das wäre zwar schön, aber wir leben nicht in einer Utopie. Die Welt ist so, wie sie ist. Natürlich sollten wir uns bemühen, sie und uns weiterzuentwickeln, aber wir dürfen trotzdem nicht ignorieren, in welcher Realität wir leben. Nur weil jemand heute verkündet, dass es ab morgen keinen Rassismus mehr gibt, wird das Problem nicht verschwinden. Und nur weil wir uns hier in YouTube-Videos darauf einigen, dass man Menschen nicht wie kleine Kinder behandeln sollte, verschwinden die 6,2 Millionen Analphabeten in Deutschland nicht. Ich denke, dass die Grundideen von Sinan und Varnan absolut richtig sind und ich stimme den beiden in den meisten Punkten völlig zu. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass ihre Vorstellungen und Ideen teilweise elitär und utopistisch sind. Ich sehe in jeder von den meisten Punkten völlig zu. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass ihre Vorstellungen und Ideen teilweise elitär und utopistisch sind. Also, utopisch. Genau. Ja, ich gebe ihm da durchaus recht. Absolut. Ich würde mich selbst auch als wahrscheinlich gutgläubigen Naivling auch bezeichnen wollen. Also, aber im positiven Sinne. Ich bin gerne an manchen Dingen naiv, weil Naivität hat ja sowas. Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach mal und gucken. Ich kann das verstehen, dass das aus seiner Sicht so ist. Aber ich kann ja nicht ändern, wie ich denke oder wie ich bin. Also, das ist halt so ein bisschen meine Grundeinstellung. Und ich verstehe auch, dass ich das von mir ableite. Also, ich sage, für mich passt das nicht, dass man mir sagt, wie ich was zu tun habe oder wie ich zu denken habe. Also, kann ich das irgendwie schwer von anderen verlangen oder das anderen überstülpen. So. Klar. Also, ja, natürlich. Das ist, äh... Ja, äh, ein Chat-Schreiter, okay, jemand idealistisch. Ja, klar. Also, ich habe auch so die Vorstellung, klar, wenn du den Leuten eigentlich einmal erklären würdest, wie scheiße Autos in Städten sind, dann würden die doch von alleine drauf kommen, dass in Städten keine Autos gebrochen sind. Aber irgendwie passiert das halt nicht. So, und dann komme ich auch an dieses Dilemma, dass ich dann sage, okay, vielleicht musst du es ihnen verbieten. Ja. Klar, aber dann willst du es allen verbieten. Ja, klar. Also, nicht nur in einem bestimmten Teil halt irgendwie. Das ist, das ist ja... Ja, aber dann haben wir natürlich wieder das Problem, äh, keine Ahnung, dann werden die Menschen, das habe ich auch schon gesagt, dann werden, wenn der Bedarf trotzdem da ist, dann werden die Menschen sich Alternativen suchen. Und dann werden die was anderes Quatschiges machen. Ja, natürlich, klar. Dann müsste man da halt wieder einwirken. Aber, naja, er will ja trotzdem eine Ungleichbehandlung. Also, im Prinzip sagt er ja Menschen, die halt, äh, aus seiner Sicht halt lost sind, die sollten halt... Also, ich meine, wohin das führt, brauchen wir nicht weiter ausführen, das ist Quatsch. Ach ja. Ja. Ich glaube nicht, dass man mit Menschen, die so etwas verbreiten, reden sollte. Ganz kurz zum Thema Lügen, habe ich letztens drüber nachgedacht, ähm, wie viele glaubst du, Lügen eigentlich echt? Also, Lügen heißt ja, dass du, dass du wissentlich die Unwahrheit sagst. Ja, das denke ich. Also, jetzt nehmen wir mal so einen Schwurbler. Ich habe früher immer gedacht, warum lügen die absichtlich? So, ne, das ist ja auch so Trump, dann sagt man so, der erzählt ja wieder Lügen und so. Da hat man mich mit einem Lügen erwischt oder was weiß ich. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, als ich mich dann viel mit denen beschäftigt habe, ich habe dann so gemerkt, ich glaube, das ist viel schlimmer. Die lügen gar nicht. Das ist ja immer die wohlwollende Betrachtung, wenn, wenn irgendein, eben, also, ob das ein Heilpraktiker ist oder jemand, der an den... Lügt der Heilpraktiker? Die wohlwollende Betrachtung ist ja, der ist wirklich so. Also, der ist wirklich so dumm und glaubt das. Also, das ist die wohlwollendste Betrachtung immer. Aber ich habe die Befürchtung, dass die ganz häufig stimmt. Die glauben das ja wirklich. Das war für mich so. Ich habe erst wirklich in den ersten Jahren Corona, habe ich immer gedacht, krass, die machen das alle, um Geld zu verdienen. Die sitzen da, erzählen den Quatsch, obwohl die wissen, wenn die Kamera aus ist, dann lachen die sich kaputt und freuen sich über die Einnahmen. Bis ich gemerkt habe, nee, nee, die glauben das wirklich und deswegen lügen die auch nicht. Weil du kannst, also, ich habe, die Definition von Lüge ist doch wirklich, dass du wissentlich die Unwahrheit sagst. Ja, du kannst nicht unwissentlich lügen. Ja, und das heißt, Schwurbler, ganz viele Schwurbler, das ist meine These, lügen nicht. Ja, die sind halt überzeugt, weil ich meine, also gerade in dieser Pseudo-Alternativ-Medizin-Bubble, da ist es ja so, dass wir so viele Sachen auf älteren Sachen aufbauen. Das heißt, du hast schon das von dem Guru davor gefressen, jetzt hast du ein super Produkt entwickelt, du glaubst aber natürlich dran. Also, du glaubst, dass es halt, keine Ahnung, hilft, wenn du einen Querstrich über den Barcode machst oder sowas. Du glaubst das wirklich? Ja, du glaubst das tatsächlich und dann vermarktest du das, klar. Wobei es natürlich auch da weiterhin Scharlatane gibt. Also, es gibt schon auch Lügner, aber eben. Ja, weil die zu, also das so rauszufinden, wer ist wirklich der Lügner, ist gar nicht so leicht. Ja, das stimmt. Und dann ist auch am Ende die Frage, ist das überhaupt relevant? Ja. Ist es wichtig, ob einer das wissentlich macht oder nicht? Also, dann kannst du es ihm vorwerfen, aber ändern tut es auch nicht viel. Hm. Deswegen, ähm, ja, schwierig immer. Man kann das tun, keine Frage, aber man sollte in solchen Situationen zumindest gut abwägen, warum man es tut. Risiko und Nutzen. Wem nützt das mehr? Was wird damit bezweckt? Könnte man so ein Gespräch vielleicht einfach besser framen, zum Beispiel durch eine Einladung auf dem eigenen Kanal oder auf einem neutralen Kanal? Ich befürchte, mein Selbstgespräch wird langsam langweilig und daraus weitere sinnvolle Gedanken herauszuholen, bräuchte man jetzt doch einen Gesprächspartner. Falls Sinan oder Warnan Interesse an dieser Diskussion haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Andernfalls, zerpflückt bitte meine Gedanken, zeigt mir, dass ich furchtbar falsch liege. Ich lerne immer gerne dazu. Also, furchtbar falsch haben wir ja nicht gemacht, wir haben es auch nicht zerpflückt, wir haben kommentiert. Aber ich möchte die Einladung gerne annehmen. Jetzt bin ich natürlich erstmal nicht da, aber in zwei, drei Wochen absolut gerne. Finde ich gut. Ja, Januar, lass gerne ein Gespräch machen, habe ich Bock drauf. Wolltet ihr mit mir einverstanden sein, dürft ihr das natürlich auch gerne sagen. Ich finde die bisherigen Beiträge von Warnan, Sinan, Nikhil und Andrei von der GWOP sehr interessant und sehenswert. Ein schönes Beispiel dafür, wie man unterschiedliche Meinungen vertreten und dennoch respektvoll und konstruktiv miteinander reden kann. Das ist tolle Gesprächskultur, die ich sehr begrüße. Falls ihr diese Art Videos nicht mögt, macht euch keinen Kopf. Ich finde es einfach erfrischend, auch mal über solche Themen zu sprechen. Es bleibt aber weiterhin die Ausnahme. Ich weiß sehr genau, wo meine Kernkompetenzen liegen und werde bei meinen Themen bleiben. Heilpraktiker fertig machen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns bald wieder. Sehr schön. Ja, fand ich einen guten Beitrag und ich glaube auch, war nochmal interessant zu sehen, wo auch wahrscheinlich bei meiner Betrachtung das tatsächlich in so eine utopische, idealistische, naive Richtung geht. Und ja, wie weit man diese Idealvorstellung letztlich doch ein bisschen runterkürzen muss und dann auch mal harte Widerworte geben muss und vielleicht auch mal Meinungen, keine Bühne gibt oder auch mal unterdrückt, wo es notwendig ist, bin ich immer offen zu diskutieren. Denn demnächst dann bei einem Gespräch mit dem lieben Janosch. Das war Zini macht Auge zusammen mit Simon guckt auch mal mit drauf. Geiler Formatsname. Tschüss. Ciao.